gottfried keller der grüne heinrich nach einigen tagen war ich mit dem ordnen der studienblätter und der wiederherstellung der größeren und kleineren kartonlandschaften zu ende die letzteren waren vorläufig bis die aus der hauptstadt zu beziehenden einfassungen anlangten an die ihnen bestimmten orte gehängt worden wo der graf sie aufwechselnd mit zufriedenheit betrachtete ohne einen größeren wert beanspruchen zu können erhöhten sie in der tat den malerisch ernsten anblick des bibliothekssaales und verschafften mir das wohltuende gefühl sie als zeugnisse ehrlichen wollens an solcher stelle gerettet zu wissen wie schon bemerkt habe dazu ließ es der graf nicht an aufrichtenden äußerungen fehlen mögen sie die künstlerische laufbahn fortsetzen oder nicht sagte er so werden mir die bilder fast gleichwert bleiben im ersten falle als wegezeichen eines entwicklungsganges im anderen als illustration oder ergänzung ihrer jugendgeschichte die ich nun durchgelesen habe jeder braucht liebhabereien die meinigen dehne ich nun aus auf das wahrnehmen eines lebensganges wieder ihre gesicht darbietet sie sind ein wesentlicher mensch aber sie leben in symbolen sozusagen und das ist ein gefährliches handwerk besonders wenn es in so naiver weise geschieht doch wollen wir darüber uns jetzt keine grauen haare wachsen lassen wenigstens nicht sie denn was mich betrifft so kann ich die sprichwort leider nicht mehr gut anwenden was mir zunächst obliegt ist die vergütung die ich ihnen für diesen schmuck meines büchersaales zu leisten habe das haben sie ja schon getan sagte ich fast erschrocken daß ich schon wieder geld erhalten sollte so verdächtig war mir das ungewohnte glück und doch zierte ich mich eher als daß es mir ernst war ohne doch die ziererei zu beabsichtigen denn der graf dauerte mich in meine eigene armut hinein ob so starken ausgaben er rief aber machen sie keine umstände mein lieber es soll nicht ein kaufpreis sein denn ich weiß wohl dass solche sachen nicht leicht an mann zu bringen und für jedermann brauchbar wären es ist vielmehr eine diskretionsfrage für mich und für sie eine notwendigkeit da das also nun zusammentrifft und außerdem zur durchführung unseres ungewöhnlichen abenteuers beiträgt warum sollten wir demselben die ehre nicht antun hiermit schob er mir eine papierhülle voll banknoten in die brusttasche es war wie ich später fand die gleiche summe wie er mir schon ausbezahlt so daß ich also schon doppelt so reich dastand als nur vor einigen tagen nun fuhr er fort sprechen wir von der hauptsache davon nämlich was sie beginnen wollen ich fühle auch daß sie umsatteln sollten für ihren biederen landschafter ist ihre einrichtung zu weitläufig zu winkelig zu irrgänglich und unruhig da muß ein anderer hausmeister hinein aber nicht so trübselig und unfreiwillig muß es geschehen sondern wie wir schon gesagt mit dem anstand eines freien entschlusses der allenfalls auch anders zu fassen war dem anstand ist ja schon genüge getan durch die aufnahme welche sie meinen zweifelhaften erzeugnissen gewähren nein in meinem sinne nicht sie müssen sich selbst noch den beweis leisten daß sie wenn auch nicht glänzend doch mit ehren bestehen könnten bei den berufen den sie gewählt dann erst mögen sie sich bedanken und daran vorbeigehen malen sie bei uns ein fertiges bild mit gesammelter kraft aber leichten herzens keck und ohne sorgen und ich will wetten wir verkaufen es ich schüttelte abermals den kopf da ich an die monate dachte welche ein solches unterfangen noch kosten würde diese tat sagte ich selbst wenn sie gelänge würde ja wieder nichts anderes als eines der symbole sein von denen sie sagen herr graf dass ich in ihnen lebe und in diesem falle eines das mir doch zu kostspielig wäre auch haben sie selbst mit ihrer großmut dahin gewirkt dass die heimreise mir nun in den gliedern liegt hören sie an versetzte er wir wollen ohne längeres zaudern vorgehen aber eine nacht müssen sie die frage noch beschlafen machen sie sich auf morgen früh reise fertig der wagen soll bereitstehen dann bringe ich sie je nach ihrem letzten worte entweder zur station der nach der schweiz durchgehenden post oder wir fahren zusammen nach der hauptstadt wo ich ohne dies zu tun habe und wo sie die für ihre arbeit nötigen einkäufe besorgen soll es gelten ich schlug ein zweifelte aber nicht dass ich den weg in die heimat wählen werde diesen tag sollte das essen in dem sogenannten rittersaale eingenommen werden einem in den oberen stockwerken liegenden und mir noch unbekannten raume dorothea kam in die bibliothek uns das zu verkünden es sei dort vermöge der sonnenseite heute eine so milde temperatur daß der saal nicht brauche geheizt zu werden und der schöne herbsttag zu den fenstern hereinspazieren könne sie selber sah wie ich mit stillem erstaunen wahrnahm einem hellen junitage gleich auch der graf betrachtete sie überrascht einen augenblick sie war in schwarzen atlas gekleidet trug um hals und brust eine vornehme spitzenzierde und in dieser verlor sich eine perlenschnur die dunkle lockenlast aber war heut mit besonderem schwung nach dem nacken zurückgeworfen während die hier durchzutage tretenden lichtenfelder der schläfen gegen dem kopf einen ausdruck von freiheit wo nicht von stolz verliehen was hast du denn vor dass du dich so aufgeputzt sagte der graf erwartest du gäste von denen ich nichts weiß nichts weiter hab ich vor erwiderte sie als daß ich dem schönen wetter und dem saale zu ehren ein bißchen statt machen will dazu hoffe ich durch das ensemble aller dieser dinge unserem freund dem herrn lee einen bunten eindruck zu verschaffen vielleicht wenn er seine geschichten fortsetzt beschreibt er es einst auf einer halben seite und mit dem saale schmuggelt sich meine fragwürdige figur zugleich in das buch hinein heute steht übrigens narzissus im katholischen und im protestantischen kalender und da dürfen wir uns allerseits ein wenig der eitelkeit hingeben nicht so herr heinrich obgleich sie diese rede in einer halb weichmütig ernsten halb anmutig lächelnden weise vorbrachte welche keine bösliche absicht verriet so schien mir doch das wort narzissus eine stichelei auf die selbstbespiegelung meines schreibbuches zu sein zumal mir nicht recht wohl dabei war es aus der hand gegeben zu haben aus welcher tiefe sei es des urteils oder des bloßen scherzes solche sticheleien aufsteigen mochte sie dünkte mich gleichermaßen beschämend und ich fühlte die röte im gesicht ohne ein wort der erwiderung zu finden sie beachtete das aber nicht und merkte nichts davon so daß ich ihr wohl zu viel absicht zugetraut haben mochte der erwähnte saal war wirklich bunt genug aber mit würde und feierlichkeit ein scharlachroter teppich spannte sich über den ganzen fußboden der plafond war in seiner länge und breite von einem einzigen freskogemälde bedeckt der wandraum zwischen demselben und der etwa mannshohen dunklen holzbekleidung durchaus mit den bildnissen der vorfahren behangen über einem schwarzen marmorkamine türmten sich alte waffen und rüstungen empor andere feinere waffen glänzten in glasschränken besonders kostbare degen und schwerter deren abbilder man auf manchen bildnisse ihrer ehemaligen träger wiedererkannte es waren aber auch waffenstücke aus jahrhunderten da in welche keine bilder zurückreichten so zeigte ein kleiner dreieckiger schild noch kaum erkennbar das älteste einfache wappen bild des geschlechtes das nur eines von den zwanzig feldern des jetzigen wappenschildes ist auf dessen oberm rande vier gekrönte helme sitzen wie vier hähne auf einer stange ich konnte mich nicht enthalten eifrig umherzugehen und die augen an all den schönen dingen zu weiden der graf erklärte mir ein und anderes dorothea brachte schlüssel herbei und öffnete die wohlverwahrten schränklein eines großen buffets in welchen ein altertümlicher silberschatz schimmerte andere schränke waren in das holzgetäfer der wände eingelassen und enthielten handschriften auf pergament mit glänzenden miniaturen viele urkunden mit hängenden siegeln in holz- oder silberkapseln auch ohne kapseln und halb zerbröckelt der graf zog ein paar solcher urkunden hervor und entfaltete sie ich konnte sie aber nicht lesen denn sie stammten aus dem zwölften oder gar elften jahrhundert und waren kaiserliche briefe die sich auf den fleck landes bezogen auf welchem wir standen als ich meine verwunderung über so reiche erinnerungen und denkmäler bezeugte dergleichen ich noch nie gesehen bemerkte der graf er habe eben den ganzen familienkram in diesem saale aufgestappelt wo derselbe sein dasein genießen möge ohne die lebenden auf schritt und tritt zu behelligen seine freude daran sei nur eine mäßige und nicht größer als sie etwa jeder sammler auch empfinde sagte ich solche anschaulichkeit und durchsichtigkeit einer langen vergangenheit die sich auf uns selbst bezieht lässt sich doch nicht willkürlich vergessen und verwischen und man sollte sich ihr erfreuen können ohne sie unfreisinnig zu mißbrauchen man sollte es denken wer aber die erfahrung davon hat weiß daß man unter umständen der sechs oder sieben jahrhunderte müde werden kann ich habe mir auch schon gewünscht in einem freien rechtsstaat einer erhaltenden aristokratie anzugehören vermöge der abkunft das wort aristokratie natürlich nur im sinne erhöhter freiwilliger leistungen verstanden allein das sind träume aus verschiedenen gründen und so bleibt einem adelsmüden nur der ausweg gelegentlich im allgemeinen volkstume aufzugehen das hat aber auch seine schwierigkeiten und ist ohne glückliche ereignisse nicht so leicht auszuführen und so läßt sich auch hier das schicksal weniger lenken als man glauben sollte mein vater der lediglich durch seine geburt ein reiterführer war ist in der heeres folge des französischen revolutionswesens in russland elend ums leben gekommen mein älterer bruder der für einen quercopf galt ging nach südamerika um in seiner art ein neues leben zu beginnen allein da fiel er erst recht dem unvernünftigen zufall anheim und verlor frühzeitig in dortigen händeln das leben von einer iberischen adelsdame mit der sich kurz vorher ehelich verbunden haben soll ist uns niemals eine weitere nachricht zugekommen nun bin ich der majoratsherr und die ganze herrlichkeit steht auf meinen zwei augen da ich absolut der letzte unserer linie bin hätte ich einen sohn so wäre ich schon mit ihm nach der neuen welt gegangen um in der verjüngenden volksflut unterzutauchen für mich allein lohnt es nicht mehr der mühe sintemalen ich im übrigen mich mit dem leben nicht unzufrieden fühle doch setzen wir uns zu tisch da es unserer dame einmal gefällt die anfrau zu spielen das tu ich mir gefällt es einstweilen recht wohl in diesem saale der nicht zu unterschätzen ist ließ ich dorothea mit einiger gemessenheit vernehmen die mich wieder verlegen machte weil ich diese neue laune nicht verstand und sie weder tadeln noch bewundern konnte indessen war der aufenthalt in der tat feierlich sowohl durch die hereinflutende sonnige luft als durch den duft eines feinen räucherwerks das vorher in dem raum verbrannt worden war die farbenpracht die uns umgab schien hierdurch noch an kraft und tiefe zu gewinnen nachdem wir eine weile in mehr abgebrochener flüchtiger unterhaltung gesessen wendete sich dorothea mit freundlich herablassendem jedoch halb gleichgültigem wesen ganz wie eine große dame an mich und sagte nun herr lee auch sie sind ja nicht unempfindlich für ein gutes herkommen und in ihrem bürgerlichen stande freuen sie sich ihrer wackeren eltern und versichern sich beim beginn ihrer aufzeichnungen daß sie wohl auch zweiunddreißig brave ahnen besitzen wenn auch unbekannterweise allerdings gab ich mit selbstzufriedenheit und gelingemisch trotze zur antwort allerdings bin ich auch nicht auf der straße gefunden da klatschte sie plötzlich jubelnd in die hände indem sie ihre gewöhnliche natürliche art wieder aufnahm und rief fröhlich nun hab ich sie gefangen mein wohlgeborener herr ich bin nämlich auf der straße gefunden wie sie mich da sehen ich sah sie verblüfft an und wußte nicht was das heißen sollte indessen sie fortfuhr sich zu freuen und sagte ja mein gestrenger herr von braver abkunft ich bin das richtigste findelkind und heiße mit namen dortchen schönfund und nicht anders so hat mich mein lieber pflegevater getauft nun blickte ich verwundert den grafen an der lachte ist das nun also das ziel deines witzes wir mußten nämlich dieser tage lachen als wir ihre worte lasen wenn sie sich selbst bei der nase nehmen so seien sie sattsam überzeugt daß sie zweiunddreißig ahnen besitzen als wir dann weiter lasen wie sie sich doch nicht enthalten können über die vorfahren einige betrachtungen anzustellen schmollte unser kind hier und klagte dass alle adelige wie bürger und bauern sich ihrer abkunft freuen und nur sie allein sich schämen müsse und gar keine herkunft habe denn ich habe sie wirklich auf der straße gefunden und sie ist meine brave und kluge pflegetochter er strich ihr liebevoll die locken zurück die aus ihrer verbannung im wohlgebauten nacken an den gebührenden platz neben den errötenden wangen zurückstreben betroffen und gerührt bat ich um verzeihung für die unbewusste verletzung ihrer gefühle die ich begangen meine eigene beschämung fügte ich bei habe ich verdient da ich mich verlocken ließ die vermeintliche stolze gräfin abtrumpfen zu wollen anstatt sie in ihrer art und weise ungeschoren zu lassen übrigens sei ihr herkommen doch noch das vornehmste denn sie komme so recht unmittelbar aus gottes hand und man könne sich ja die höchsten und wunderbarsten dinge darunter denken nein versetzte der graf wir wollen keine verwunschene prinzessin aus ihr machen der einfache hergang ist übrigens hier jedermann bekannt und was jedes kind weiß dürfen sie auch erfahren vor zwanzig jahren als meine frau die einzige gestorben war trieb ich mich schmerzlich und trostlos im lande umher eines abends stieg ich an der österreichischen donau in einem unserer stadthäuser ab das die geliebte gern und häufig bewohnt hatte als ich ins haus ging sah ich ein schönes zwei bis dreijähriges kind still auf der steinbank neben den portalen sitzen ohne seiner zu achten ich ging nochmals aus um das abendrot über den breiten strome zu sehen dass die verstorbene so oft aufgesucht das kind schlief nun als ich eine halbe stunde später zurückkam weinte es leise und furchtsam ich rief jetzt einen hausmeister herbei der in seiner teilnahmslosigkeit von nichts wissen wollte als dass ein haufen auswanderer die stadt durchschwärmt habe denen das kind wohl angehöre ich befahl es ins haus zu nehmen und zu pflegen und da die sache langsam und widerwillig von statten geben nahm ich es zu mir und gab ihnen von meinem eigenen essen die auswanderer waren allerdings dagewesen aber schon auf flößen und schiffen die donau hinunter gefahren laut den erhobenen polizeilichen nachforschungen kamen sie aus schwaben und gingen nach dem südlichen russland allein weder in ihrer alten noch in der neuen heimat wollte jemand etwas von dem kinde wissen nirgends wurde ein solches vermisst nirgends war es in büchern oder schriften der ausgewanderten eingetragen eine bande zigeuner die in der nähe der stadt erschienen gab anlass zu neuen untersuchungen aber auch da kam nichts heraus kurz das kind verblieb mir als findelkind schönster sorte wie sie es da vor sich sehen ich verschaffte ihm eine schöne gesicherte findlingsexistenz erklärte meine tote frau zu seiner patin und nannte es mit ihrem namen dorothea den zunahmen schönfund ließ ich durch amtsgewalt festsetzen und als die person sich später gar so gut anließ und ich sie an kindesstatten aller form rechtens adoptierte ließ ich noch den hiesigen orts und hausnamen dranhängen so heißt sie nun schönfund wehberg zu einer gräfin konnte ich sie freilich nicht machen es ist auch nicht nötig bin ich nun zu bemitleiden oder zu beneiden fragte mich das schöne wesen mit leicht geneigtem haupte gewiß nur zu beneiden sagte ich aus meiner gerührten verwunderung erwachend sie gleichen einfach einem stern der aus der tiefe des himmels neu erschienen ist und dem man einen namen gegeben hat ein stern kann aber wieder verschwinden während die unsterbliche seele die jetzt ihren namen trägt nie mehr vergeht sie bewegte aber den kopf leise wie zu einem nein und sagte mit diesem trost wollen wir uns nicht stark brüsten der findling wird sich so still wie der rücken wie er gekommen ist als ich diese worte nicht recht zu deuten wusste weil ich die eigene rede die sie hervorgerufen über ihrem anblick schon vergessen hatte sagte der graf zu mir sie müssen nämlich wissen es ist dortchens wahrzeichen dass sie ganz auf eigene faust nicht an unsterblichkeit glaubt und zwar nicht etwa in folge eingeschulter dinge oder durch fremden einfluß sondern auf ursprüngliche weise sozusagen von kindsbeinen auf dorothea schämte sich wie über ein verratenes herzensgeheimnis sie drückte das errötende gesicht auf den damas des tischtuches das die locken sich auf dessen fläche ausbreiteten auf mich aber machte der vorgang einen eindruck welcher dem uns befallenen sanfen schreck oder schauder gleicht wenn ein wesen das uns bereits mit wohlgefallen umsponnen hat mit irgendeiner entschiedenen eigenschaft plötzlich dicht an die seele herantritt da ich nun ganz erkannt bin und durchaus durchschaut werde sagte sie unversehens sich mit holdem lächeln aufrichtend will ich mich zurückziehen und sorgen daß wir einen traulichen winkel für unseren kaffee finden als ich später den grafen auf seinen geschäftsgängen begleitete da er die hauptaufsicht über seine güter selber führte befrug ich ihn um das nähere es ist in der tat so antwortete er seit sie ihr urteil nur ein wenig rühren konnte und diese dinge nennen hörte wir wissen die zeit kaum anzugeben sagte sie mit aller unbefangenheit aus dem kindlichsten und reinsten herzen heraus dass sie gar nicht absehen und glauben könne wie die menschen unsterblich sein sollten es kommt allerdings nicht selten vor dass rechtliche leute aus allen ständen dies ursprüngliche schlichte vergänglichkeitsgefühl ohne weiteres aus der mutternatur schöpfen und ohne skeptischer oder kritischer art zu sein dasselbe unbekümmert bewahren wie eine harmlose selbstverständlichkeit aber so lieblich und natürlich wie bei diesem kinde ist mir die erscheinung noch nie vorgekommen und ihre unschuldige überzeugung veranlasste mich der ich gott und unsterblichkeit hatte liegen lassen wie sie lagen meinen philosophischen bildungsgang noch einmal vorzunehmen und als ich auf dem wege des denkens und der bücher wieder da anlangte wo das mädchen von hause aus gewesen und dortchen mir über die schultern mit in die bücher guckte da war es erst merkwürdig wie sich das gedanklich bestärkte gefühl in ihr gestaltete wer sagt daß es ohne unsterblichkeitsglauben weder poesie noch lebensweihe in der welt gebe da hätte sie sie hin müssen nicht nur natur und leben um sie herum sondern sie selbst wurde wie verklärt das licht der sonne schien ihr tausendmal schöner als andern menschen das dasein aller dinge wurde ihr heilig und ebenso der tod den sie sehr ernsthaft nimmt ohne ihn zu fürchten sie gewöhnte sich zu jeder stunde an ihn zu denken mitten in der heiteren freude und im glücksgefühl und dass wir einst ohne allen spaß und für immer abscheiden müssen das ganze vorübergehende dasein unserer persönlichkeit und ihr begegnen mit den anderen vergänglichen belebten und unbelebten dingen unser aufblitzendes und verschwindendes tanzen im weltlichte hat für sie einen zarten leichten anhauch von milder trauer bald von zierlicher fröhlichkeit welche den druck der schwerfälligeren ansprüche des einzelnen nicht aufkommen läßt während das gesamtwesen doch besteht und welche pietät und teilnahme hegt sie für die sterbenden und toten ihnen welche ihren lohn dahin haben und abziehen mußten wie sie sagt schmückt sie die gräber und es vergeht kein tag an welchem sie nicht eine stunde auf dem kirchhofe zubringt dieser ist ihr lustgarten und ihr schmollwinkel und bald kehrt sie fröhlich und übermütig bald still und nachdenklich davon zurück solch anmutige art eignete sich freilich einstweilen nur für ein so sorgloses leidenfreies und feingebildetes leben und für die gesunde jugendkraft dennoch vermehrte die schilderung derselben meine teilnahme und befangenheit glaubt sie denn auch nicht an gott fragte ich schulgerecht erwiderte der graf sind allerdings beide fragen unzertränglich nach frauenart machte sie sich jedoch nicht viel aus der logik da sie hier mit ihren begriffen nicht fertig ist du lieber gott sagt sie was kann ich ärmstes ding wissen bei gott ist alles möglich auch daß er existiert weiter geht sie aber mit so drolligen wendungen nicht vielmehr verursacht ihr in gespräch und lektüre eine zu große freiheit oder frechheit im ausdrucke nur mißbehagen und allzu grobe ausfälle duldet sie nicht sie sehe nicht ein sagt sie warum man gegen den lieben gott auch wenn man von seiner abwesenheit überzeugt sei und ihn nicht fürchte brauche grob und unverschämt zu sein das erscheine eher mehr als eine schäbige denn tapfere manier nach der rückkehr von unserem gange suchte ich mein idyllisches quartier im gartenhaus auf wo ich mich zu lassen gebeten hatte als ich nach dem schlosse übersiedeln sollte ich fand jedoch das kleine gemach bewohnt denn dorothea die sich nach ihrer übung wieder einmal im unteren saale aufgehalten war mit der gärtners tochter hinauf gestiegen um nachzusehen ob es an nichts fehle als ich eintrat sah ich daß zwei prachtvolle hohe schilfrohre mit ihren blütenbüscheln kreuzweise hinter dem spiegel gesteckt waren unter dem spiegel der in einem verblichen rahmen von versilbertem getriebenem kupfer steckte lag der zwiehan schädel auf der kommode auf einem postamente von grünem moose weich gebettet und um den schädel wand sich ein kränzlein von immergrün mit den ellbogen auf das bauchig geschweifte möbel gestützt stand röschen übergelehnt und betrachtete den kopf aufmerksam mit gerümpftem näschen und bossierlich gespitztem munde etwas zurück stand die herrin die hände auf dem rücken verschränkt wie es schien in ernsthaften gedanken das werk ihrer hände gleichfalls beschauend bewundern sie unsere tapezierkünste wandte sie sich zu mir wir haben ihren stummen reisekameraden den aufenthalt etwas verschönert und sie dabei mit gemeint soeben bedenke ich aber dass sie sich des gefährten entledigen und ihm die ruhe gönnen sollten wir wollen ihn gelegentlich auf unserem gottesacker begraben ich habe just eine wohlgeborgene kleine kopfstelle unter den bäumen für ihn ausgedacht die niemals umgegraben wird dieses gelegentlich das wie ein rosenblatt ohne alles gewicht von ihren lippen fiel er klang so gastfreundlich daß es mir sogleich das herz erfreute doch erwiderte ich der schädel müsse nach meinem vorsatze mit mir in die heimat zurück und dort wolle ich ihn endlich wieder der erde übergeben wenn das auch als eine leere und unnütze handlung erscheine wann gehen sie denn sagte dortchen ich denke morgen wie ausgemacht sie gehen nicht sondern tun was der papa rät kommen sie ich zeige ihnen was hübsches sie öffnete ein altes eingelegtes schränken das in der ecke stand und nahm einige sehr bunte feine und echte chinesische tässchen aus demselben hervor sehen sie die hab ich von ihrem und unserm trödelmännchen erwischt er hat mir noch mehrere in aussicht gestellt aber nicht wort gehalten bis jetzt wir haben sie hierher gebracht damit sie uns einmal zum kaffee bei sich einladen können oder unten im saal und damit auch etwas artiges in ihrem zimmer ist schau auf röschen so hat herr lee flöte gespielt als ich ihn zuerst gesehen sie nahm einen stock hielt ihn wie eine flöte an den mund und sang dazu ein paar zeilen der freischütz arie und ob die wolke sie verhülle und den stock weglegen sang sie in beschleunigtem tempo sie übermütig abhaspelnd die schlußverzierung mit einer schönheit und sicherheit der stimme die mich in neues erstaunen versetzte sie sang aber keine note länger als ich mit einer kurzen auffallung guter laune vertrug und das lied verklang ebenso unerwartet wie es begonnen plötzlich sah sie den kaplan über den platz gehen und rief ihn aus dem fenster zu ehrwürden kommen sie ein bißchen zu uns herauf wir schwatzen hier bis wir zum tee wandern und machen unserm herrlichen dulder odysseus den hof röschen stellt die nausikaa vor sie die heilige macht alkinoos des edlen fäakenbeherrschers und ich die mama arete tochter des göttergleichen rexenor da wären sie ja meine gemahlin gnädigste heidin sagte der geistliche herr schnaufend als er in der tat herangestiegen kam merken sie was o geschorener diener der heiligen jungfrau lachte sie welche den äther beherrscht und rohret auf goldenen altären diese unterhaltung geht über meinen horizont rief röschen nachdem sie dem kaplan einen der wenigen stühle zurechtgerückt hatte und zog sich zurück in dessen jener ein lustiges plaudern begann und den krieg mit dem fräulein fortführte schließlich kam noch der graf um zu sehen wo wir alle blieben und nahm an dem geplaudert teil bis es dunkelte und der mond über den parkbäumen stand der seinen schein in das zimmer hinein sandte an seiner gestalt erkannte ich daß nun vier wochen verflossen seien seit ich mit den arbeitermädchen unter den silberpappeln am flusse gesessen und wunderte mich über den wechsel der dinge in einem so einfachen lebenslauf im schlosse saß die kleine gesellschaft dann noch lange beisammen im anfange schien dortchen noch aufgeregt fröhlich allmählich wurde sie stiller und begnügte sich zuweilen an dem großen flügel kurze sätze anzuschlagen zuletzt verschwand sie ohne abschied ich konnte in jener nacht keinen schlaf finden bis der morgen graute ohne dass ich mich deswegen übel befand kaum hatte ich eine kurze zeit geschlafen so wurde ich geweckt weil die stunde der abreise da war verwirrt und in übereilung kleidete ich mich an und lief hinüber wo der graf schon beim frühstücke saß der wagen vor der türe stand und der kutscher bei den pferden als wir eingestiegen waren sagte der graf nun wohin soll's gehen keine dorothea ließ sich sehen und doch wagte ich weder nach ihr zu fragen da ich die unbefangenheit all bereits eingebüßt noch vermochte ich ohne abschied aus dem lande zu gehen ich sagte daher nachdem ich mich eine minute besonnen im letzten augenblicke ich wolle dem vorschlage des herrn grafen folgen gut so erwiderte er und ließ die richtung nach der stadt einschlagen von welcher ich hergekommen ende des elften kapitels des vierten bandes gottfried keller der grüne heinrich vierter band zwölftes kapitel der gefrorene christ auf der nordseite des schlosses bezeichnete ein höheres fenster den raum in welchem die hauskapelle eingebaut war in diesem jahrhundert hatte sie schwerlich noch einen gottesdienst gesehen doch war kirchlicher zier und hausrat noch an den wänden vorhanden das gewölbe noch bemalt und nur der fliesenboden längst der bestuhlung geräumt dafür stand jetzt in der mitte desselben ein eiserner ofen der den raum mit seinem körper und seinen rohren sattsam erwärmte und auf einer großen strohmatte eine staffelei vor welcher ich saß und ziemlich rührig arbeitete während ein leichter schnee auf der landschaft lag die lange unterbrechung die erlebnisse der beschluß der entsagung hatten ohne zweifel eine freiheit des blicks und eine neuheit der dinge in mir bewirkt oder vielmehr aus dem schlafe gerufen die mir jetzt zustatten kam schon während des letzten aufenthaltes in der residenz hatte ich alte und neue bilder gewissermaßen mit neuen augen angesehen es war mir wie schuppen von denselben gefallen und fiel so noch fort da ich jetzt eifrig und kühl stürmisch sorglos und vorsichtig zugleich arbeitete indem ich bei jedem zug an den folgenden dachte ohne durch zögernden fluss erstarren zu lassen die erscheinung dass man später etwas kann und zwar ohne zwischenübung was man früher nicht zustande gebracht sei es durch bloße ruhe der geisteskräfte sei es durch geschickes wechsel mag wohl öfter vorkommen als man annimmt hier war es der fall natürlich innerhalb der grenzen die mir überhaupt gezogen sind ich hatte zwei bilder zugleich begonnen welche auf diese weise ordentlich vorwärts schritten von einer nachhaltig erhellten und erwärmten stimmung getragen das eigentliche schaffende feuer jedoch war die erwachte neigung liebe oder verliebtheit oder wie man den zustand nennen mag der erst zu nennen wenn er durch die zeit zum austrag gekommen stets aber eine alltägliche erscheinung ist wie alle großen notwendigkeiten ich hatte meinerseits das herz auch einen muskel und ein mechanisches pumpwerk nennen gelernt nun unterlag ich dennoch der täuschung daß es das wohnhaus der bewegungen sei die von den liebeshändeln ausgehen und trotz der üblichen scherze über seine heraldische form auf den lebkuchen spielkarten und anderen volkssymbolen behauptete es sein altes ansehen als dorotheas gestalt mit dem nimbus ihrer dunklen geburt ihrer eigentümlichen weltanschauung schönheit und bildung den einzug scheinbar in das herz und nicht in den kopf hielt oder wenigstens verrichtete dieser in seinen offenen licht und schallstübchen einen bloßen pförtner und wahrnehmungsdienst um das wahrgenommene und in die dunkle purpurmühle der leidenschaft hinunter zu senden selbst die vernunft leistete ihr frohen dienste und tat ein übriges ihr gerecht zu werden die vergänglichkeit und unwiederbringlichkeit des lebens durch dortchens augen gesehen ließ mir die welt bald ebenso in einem stärkeren und tieferen glanze erscheinen wie es bei ihr der fall war ein sehnsüchtiges glücksgefühl durchschauerte mich wenn ich mir nur die möglichkeit dachte für das kurze leben mit ihr in dieser schönen welt zusammen zu sein ich hörte daher ohne alle bedenklichkeit vom sein oder nichtsein jener dinge gesprächen und fühlte ohne freude oder schmerz ohne spott und ohne schwere die veranlassung und für einen mannlich gerade und beweglich werden gefühle hiervon suchte ich mich mit gründen zu schulen und nahm die zuflucht zu der bücherei des grafen ich kannte die groben umrisse der philosophischen geschichte aus denen die letzten fragen für den unerfahrenen nicht klar hervorgehen jetzt griff ich zu den eben in verbreitung begriffenen werken des lebenden philosophen der nur diese fragen in seiner klassisch monotonen aber leidenschaftlichen sprache dem allgemeinen verständnisse zugänglich um und umwendete und gleich einem zaubervogel der in einsamen busche sitzt den gott aus der brust von tausenden hinweg sah der graf gehörte geistig und zum teil auch persönlich dem verbunde von männern an welche den begeisterten kultus des philosophen förderten wenn er auch nicht die ansicht und die hoffnung teilte daß er zunächst die politische freiheit unfehlbar bringen müsse er hatte mich als gastfreund nicht auf diese sache stoßen wollen als ich aber jetzt den gewöhnlichen anfangswiderstand gegen die neuen einflüsse erhob und die veränderungen untersuchte welchen ich in moralischer hinsicht ausgesetzt sein dürfte begann ein gewisses kannegießern über den lieben gott welches mich freilich von den kinderschuhen an begleitet hat über diese dinge längst beruhigt ward der graf etwas ungeduldig und sagte es ist mir ganz gleichgültig ob sie an den lieben gott glauben oder nicht denn ich halte sie für einen menschen bei welchem es nicht darauf ankommt ob er den grund seines daseins und bewusstseins außer sich oder in sich verlegt und wenn dem nicht so wäre wenn ich denken müßte sie wären ein anderer mit gott und ein anderer ohne gott so würde ich nicht das vertrauen zu ihnen hegen das ich wirklich empfinde dies ist es auch was diese zeiten vollbringen und herbeizuführen haben nämlich vollkommene sicherheit von recht und ehre bei jedem glauben und jeder anschauung und zwar nicht nur im staatsgesetz sondern auch im persönlichen vertraulichen verhalten der menschen zueinander es handelt sich nicht um atheismus und freigeisterei um frivolität zweifelsucht und weltschmerzen welche spitznamen man alles erfunden hat für kränkliche dinge es handelt sich um das recht ruhig zu bleiben im gemüt was auch die ergebnisse des nachdenkens und des forschens sein mögen übrigens geht der mensch in die schule alle tage und keiner vermag mit sicherheit voraus zu sagen was er am abend seines lebens glauben werde darum wollen wir die unbedingte freiheit des gewissens nach allen seiten aber dahin muss die welt gelangen dass mit eben der guten ruhe mit welcher sie ein unbekanntes naturgesetz einen neuen stern am himmel entdeckt auch die vorgänge und ergebnisse des geistigen lebens hinnimmt und betrachtet auf alles gefaßt und stets sich selbst gleich als eine menschheit die in der sonne steht und sagt hier steh ich es dauerte jedoch nicht lang so bedurfte ich der zurechtweisungen des freidenkenden grafen nicht mehr sondern wandelte selbstständig auf demselben pfade weiter und fand mich in der eintönig erregten gesprache des großen gottesfreundes zurecht wenn man ironischer oder auch ernsthafter weise denjenigen so nennen darf der sich ein leben lang von seinem geliebten gegenstande nicht drängen konnte wie alle neu bekehrten wurde ich sogar eifriger als die andern und die fackel mit der ich in meine alten gedankenwälder hineinleuchtete brannte um so heißer als sie einem feuer der liebe angezündet war ich kannegieserte nun in entgegengesetztem sinne besonders während der länger gewordenen abende wo der wunderliche kaplan angezogen von dem streite sich einfand um den neuen abgefallenen in seiner art zur rechenschaft zu ziehen dieser mann war vorzüglich drei dinge nämlich ein leidenschaftlicher esser und trinker ein großer religiöser idealist und ein noch größerer humorist und zwar letzteres fast nur in dem sinne daß er alle viertelstunden das wort humor gebrauchte und es zum maßstabe und kriterium alles dessen machte was irgendwie vorfiel und gesprochen wurde alles was er selbst tat redete und fühlte gab er zunächst für humoristisch aus obgleich es dies nur in den minderen fällen war und mehr in einem maßlosen klappern und feuerwerken mit gegensätzen bildern und gleichnissen bestand so erzeugte dies wesen dennoch einen gewissen humor besonders wenn wir alle zusammen saßen und er uns mit ungeheurem wortschfall erklärte was humor sei und wie wir diese gottesgabe auch nicht ein senfkörnlein groß besäßen er las eifrig alle humoristischen schriften und alle welche vom humor handelte und hatte ein ordentliches system über das feuchte flüssige ätherische weltumplätschernde wie er es nannte aufgebaut das ziemlich mit dem charakter seiner theologie zusammenhing cervantes führte er ebenso oft im munde wie shakespeare aber er fand den größten gefallen an den unzähligen prügeln welche sancho und der ritter bekommen an den einseifungen prellereien und derben sachen aller art so wenig er die schätze von weisheit und edelsinn bemerkte die dem manchanischen herrn vom autor in den mund gelegt waren in rapidem wechsel mit den ausbrüchen der torheit so wenig konnte oder wollte er den feineren sport sehen besonders wenn er wie auf ihn selbst gemünzt erschien was dann zu den versicherungen seines eigenen humors den ergötzlichsten gegensatz bildete so sah er in dem abenteuer in der höhle des montesino nur eine äußerliche komische schnurre den humor der in dem langen seile liegt das ganz nutzlos abgerollt wird indessen der ritter schon am anfang die augen schließt wie alle die sich selber belügen und damit andere terrorisieren und die art wie er sich nachher immer wieder wegen des in der höhle geschehen benimmt dies alles gewahrte er nicht oder rümpfte unmerklich die nase dazu sein idealismus und er nannte sich bald rühmend bald entschuldigend einen idealisten bestand darin dass er gegenüber seinen zuhörern welche alles wirkliche und geschehende sofern es sein eigenes wesen ausreichend und gelungen ausdrückt und darstellt für ideal hielten eben dieses wirkliche und gewordene materiellen und groben mist oder staubschallt und dagegen alles nie gesehene nicht begriffene namenlose und unaussprechliche ideal hieß was ebenso gut war als wenn man einen leeren raum am himmel vorbommern nennen wollte so nannte er auch jedes dilettantische pfuschende treiben aus dem nichts werden konnte eine ideale bestrebung wenn es auch noch so verkehrt und anmaßlich war die aufopfernde ernste arbeit in wissenschaft und kunst dagegen die zum gelingen führte war im ein am irdischen klebendes haschen nach erfolg nach ehre und gut den baumeister dessen kirchtürme zusammenfielen pries er als einen tragisch gestellten idealisten denjenigen dem sie stehenblieben einen materialistischen glücksjäger als katholischer priester war er duldsam und über seine kirche hinaus hierüber schwieg er bescheiden und rühmte sich nicht den aufgeklärten deismus aber welchem er huldigte vertrat er fanatischer als irgendein pfaffe seine satzungen er suchte einen regelrechten höllenzwang auszuüben mit idealen und humoristischen redensarten und baute seine scheiterhaufen aus antithesen hinkenden gleichnissen und gewaltsamen witzen auf denen er den verstand dem guten willen und sogar das gewissen der gegner zu verbrennen trachtete seiner eigenen meinung zum angenehmen brandopfer diese tapfere lieblingsbeschäftigung nebst der gastfreundschaft des grafen führte ihn häufig in das haus und da er zugleich ein ehrlicher geselle und redlicher helfer bei wohltätigen unternehmungen war so gereichte er zum nutzen wie zur bleibenden heiterkeit des hauses besonders dorothea wußte ihn mit der leichtesten anmut in den irrgärten seines fanatischen humors herumzuführen neckisch vor ihm herzuhuschen und durch die buschwerke seines grausen witzes zu schlüpfen unergründlich war es dabei ob mehr ein heiteres wohlwollen oder ein bedenklicher mutwillen im spiele lag denn ebenso oft als sie dem kaplane gelegenheit gab zu glänzen verlockte sie seine eitelkeit auf das eis wo sein witz das bein brach das war nun der richtige mann an welchem ich meine neuen waffen zu üben gelegenheit fand und ich tat es um so rücksichtsloser als ich gegen unarten focht denen ich selber schon in mehr als einer hinsicht gefrönt hatte nach dem ersten wehmütigen erstaunen über meinen abfall holte er mit verdoppelter kraft aus um mich niederzustrecken da ich aber das schonende maß dessen er gewohnt war mit weniger lebensart als neophytischer kampflust überschritt ihm fantastische ausfälle und humoristische stiche in gleicher schlechter münze zurückgab wurde er verstimmt und ging mehr als einmal der geselligen erholung verlustig welche er nach tagelangem messe lesen und ministrieren gesucht hatte hierüber wurde ich meinerseits betroffen ich verwunderte mich wie wenig der mensch sich zu ändern imstande ist wenn ich an das erlebnis mit ferdinand lies zurückdachte wo ich mich sogar einer schlimmeren aufführung geschuldig gemacht und mit einem degen in der hand auf der entgegengesetzten seite derjenigen des kaplans gestanden hatte ich fasste den vorsatz mich zu mäßigen und zu bessern verfiel aber von neuem in den alten fehler dadurch wurde ich als ein angehender ruhestörer selbst durch schonung bedürftig fühlte es und wurde selber betrübt allein es war schon dafür gesorgt daß dem bedrängten kaplan eine unerwartete hilfe kommen sollte eines tages rasselte ein offenes fuhrwerk bespannt mit einem schwerfälligen bauernpferde vor das schloß auf dem bock saß ein ländlicher kutscher mit einer tabakspfeife im munde in dem beckenförmigen kasten dagegen wie in der muschel der fenus ein seltsamer mann mit einem großen schlapphut ebenfalls eine pfeife im munde tragend neben ihm lehnte ein mannshoher kornsack der aber mit vielen größeren und kleineren eckigen und runden gegenständen gefüllt schien und oben mit mühe zusammengeschnürt war so dass sich auf dem haupte nur ein niedriges falten krönlein hatte bilden können diesen sack hielt der insasse des fuhrwerks mit der einen hand aufrecht vor allem besorgt daß er mit vorsicht abgeladen würde als das geschehen sprang er gleich nach und blieb bei dem sacke stehend denselben aufrechthaltend weil er ihn um keinen preis auf die das feuchte erde wollte fallen lassen das machte ihn den nun folgenden wortwechsel mit dem fuhrmann schwierig zu führen der sich wegen der bezahlung des fahrgeldes nicht wollte aufhalten lassen während der reisende sowohl die höhe des geforderten lohnes bestritt als einen aufschub verlangte bis er seine briefe abgegeben und seine ankunft auf dem grafensitze gehörig ausgeführt habe mit sprudelndem munde immer neben der pfeife redend suchte er sich mit dem fahrknechte zu verständigen sah sich aber stets in den nötigen gebärden und im hervorsuchen der briefe gehindert weil der sack umfallen wollte wenn er ihn losließ endlich kam ein haustiener herbei der nach seinen angelegenheiten fragte dies ist mein gepäcke guter freund sagte der mann halten sie's ein wenig damit ich meine empfehlungsbriefe an den herrn grafen finden kann den ich herbeizurufen bitte der diener hielt den sack der reisende holte ein paar briefe aus einer dicken brieftasche und gab sie dem diener worauf dieser ins haus ging und jener den sack wieder selbst hielt nach einiger zeit erschien der graf mit einem der briefe in der hand um nach dem ankömmling zu sehen dieser streckte ihm an seiner sachsäule stehend die freie hand entgegen und rief ich grüße sie edler mann und genosse ist es nicht eine freude zu leben mit hutten zu reden habe ich die ehre herrn peter gilgus zu sehen der mir hier von den freunden empfohlen wird antwortete graf dietrich der bin ich ist es nicht eine freude zu leben gewiß aber machen sie es sich doch etwas bequemer wollen sie ihr gepäck nicht abgeben und ins haus treten ich kann nicht bevor ich ein wort mit ihnen gesprochen der graf näherte sich dem manne der ihm eine vertrauliche mitteilung machte worauf jener dem fuhrmann bedeutete dass er werde zufriedengestellt werden und mit seinem fahrzeuge nur vorerst nach den wirtschaftsgebäuden gehen und samt dem pferde etwas zu sich nehmen möge herauf wurde der sack wohlbehalten von zwei leuten in das haus getragen und der fremde vom grafen auf sein zimmer genommen wo er weitere rücksprachen mit demselben pflag herr peter gilgus war ein im mittleren deutschland weggelaufener schullehrer und ein apostel des atheismus der im wörtlichen sinne ausgezogen war die welt zu sehen und zu genießen nachdem der liebe gott aus derselben weggeschickt worden dieses ereignis hielt er für einen unberechenbaren glücksfall und er rief unaufhörlich wo er hinkam es ist eine freude zu leben als ob die welt in der tat von ihrem größten feinde und bedrücker soeben befreit worden wäre seit er die werke des philosophen gelesen er betrug sich dem gemäß wie wenn es fortwährend sonntag unter braten am spieße wäre oder wie die bevölkerung eines kleinen herzogtums dessen tyrann entflohen oder wie ein nest voller mäuse wenn die katze aus dem haus ist als schulmeister mochte er von der geistlichkeit freilich arg gedrückt worden sein allein er freute sich über die vertreibung gottes doch mehr als billig immer von neuem staunte er über die herrlichkeit des gedankens von dem unseligen begriffe frei und jeder größeren oder kleineren abhängigkeit von demselben ledig zu sein immer wieder ballte er die faust gegen die ganze lange vergangenheit voll anthropomorphischer götter aufs neue bestieg er jeden kleinen hügel reckte die hand aus und pries die schönheit der grünen welt jubelte über die wolkenlose tiefe bläue des entgötterten himmels und trank beuchlings liegend aus quellen und bächen welche noch nie so rein ist und frische frisches wasser geliefert hätten wie jetzt das hinderte ihn jedoch nicht sobald eine anhaltende kälte oder ein langes regenwetter eintrat sehr ungehalten zu werden und einen persönlichen groll mit altherkömmlichen fluchworten zu äußern wie man sie nur gegen persönlich existierende urheber von widerwärtigen wirkungen braucht nach seinem auszuge hatte er zuerst das haupt der schule den philosophen aufgesucht acht tage lang verehrt und ihm zur weiterreise die geringe barschaft abgeborgt welche der in freiwilliger armut und bedürfnislosigkeit lebende weltweise gerade besaß derselbe gab ihm ein paar briefe an wohlhabendere verehrer mit diese sandten ihn wieder andern freunden zu und so zog er seit einem jahre von stadt zu stadt von einem landgut zum andern lebte herrlich und in freuden und lobte die angebrochene neue ära jetzt war er endlich auch zum grafen dietrich gekommen der schon von ihm wissen mochte als er mit dem neuen gaste zu tische kam war er schon ein wenig ermüdet von dessen lauten gesprächen und ausrufungen der gast aber indem er den löffel in die gute suppe tauchte rief und sprudelte über die kelliten hinaus es ist eine freude zu leben in mir widerte er augenblicklich einen schützling und mitgast des hauses machte sich gleich nach dem essen an mich und zwang mich ihn auf das ihm bestimmte zimmer zu begleiten unter tausend fragen begann er sich einzurichten und seinen sack auszupacken der ihm als reisekoffer diente neben einer anzahl verschiedener kleidungsstücke von denen keines zum andern recht passte kamen die wunderlichsten habseligkeiten zum vorschein und auf jedes stück legte er einen affektionswert jeden band in ein besonderes tüchlein gewickelt förderte er die in rotes leder gebundenen werke des meisters zutage und stellte sie feierlich auf den schreibtisch der im zimmer war dann zog er ein dickes stück von ungebleichtem zwillig viele ellen heraus wovon er sich im sommer eine deutsche turnerkleidung dachte anfertigen zu lassen hierauf kamen andere bücher hierauf rollten einige metzen schöne borchsdorfer äpfel hervor von einer schönen gutsfrau geschenkt wie er sagte so dann folgte ein stück pökelfleisch in papier gewickelt hierauf eine blaue zusammengelegte steppdecke zwischen welcher ein bunt strickgarn lag zu neuen strümpfen beim anblick aller dieser dinge mußte man ihm lassen daß er die vorsehung gottes leidlich zu ersetzen und an alles zu denken verstehe dessen er etwa bedürftig werden könnte nachdem er noch einiges aus der tiefe des sackes hervorgeholt unter anderem eine kleine schwarzwälderuhr kroch er mit dem kopfe hinein und zog aus dem untersten grunde einen zusammengerollten rotblumigen hausrock hervor denselben entfaltend enthüllte er eine mäßige schachtel in welcher das modell eines auges von der größe eines kindkopfes gebettet lag kilgus öffnete die schachtel und nahm das auge sorgfältig heraus um zu sehen ob es nicht schaden gelitten es war von wachs und glas angefertigt und konnte zerlegt werden um zu unterrichtszwecken den bau des menschlichen auges vorzuweisen bei seinem auszuge hatte er das auge aus der kleinen naturaliensammlung seiner schule mitlaufen lassen und es liefen deshalb überall kleine amtliche verfolgungen hinter ihn drein so oft sein aufenthalt ausgemittelt wurde allein er gab es nicht wieder her jetzt blies er den staub davon setzte es feuerlich auf den schreibtisch und rief das ist das wahre auge gottes dieses auge gottes hatte natürlich nur die allergröbste einrichtung und gilgussens kenntnis ging über dieselbe nicht hinaus dennoch mußte sie ihm dazu dienen seine freudenbotschaft mit dem mantel der naturwissenschaften zu schmücken und er führte das auge gleichsam als wahrzeichen mit sich für jene erscheinung im großen wenn die gedachten wissenschaften bei beginn einer neuen reihe von entdeckungen dem unendlichen jedesmal zuschrien hola wir wissen jetzt wie's gemacht wird außerdem diente ihm das auge noch als geheimarchiv und schatzkammer er öffnete den apfel und leerte den hohlen innenraum dessen inhalt vom fahren durcheinander gerüttelt worden aus einer groben flocke baumwolle wickelte er eine goldene busennadel ein silbernes uhrkettchen ein paar fingerringe und zeigte mir diese schätze mit wohlgefallen auf ein bündelchen rechnungen ein punschrezept ein bündelchen liebesbriefe die er von den stubenmädchen seiner gastfreunde erhalten wies er mehr andeutend hin wogegen er ein lotterielos mit ernster miene entfaltete wie wenn es eine staatsobligation wäre und es standen allerdings mehrere hunderttausende in großen und kleinen posten darauf gedruckt eine kleine in papier eingeschlagene barschaft bezeichnete er als reservefond welchen er unter keinen umständen angreife und deshalb hierauf bewahre ein vertrocknetes blumensträußchen ergänzte die sammlung und knüpfte versöhnend an das menschlich liebenswürdige an alles das war in dem auge und er legte das gefülsel nun in die leere schachtel und verschloß diese in einer schublade denn er dachte das anatomische modell in den bevorstehenden lehrreichen gesprächen zum vorschein zu bringen gleich am ersten abend als der kaplan zur gesellschaft kam nahm er diesen zum zielpunkt seines apostolischen eifers und es entstand ein gewaltiger lärm bis der geistliche die karikatur in dem ankömmling erkannte plötzlich mit vergnügtem augen blinzeln seine fechtart veränderte und dem lärmenden mit blasphemischen kühnheiten um sich werfenden peter gilgus zu schmeicheln begann er schätze sich glücklich sagte er eine so ausgesprochene und in ihrer art vollkommene erscheinung begrüßen und studieren zu können alles absolut entgegengesetzte müsse sich stärker anziehen als das halbe und sich schließlich in einem höheren elemente vereinigen ein leidenschaftlicher liebhaber gottes und ein leidenschaftlicher leugner gottes zögen im grunde an demselben wagen von dem der eine so wenig loskommen könne als der andere und so biete er ihm als treuer gefährte seine freundschaft an eine so fleißige und beharrliche gottesleugnerei sei eigentlich nur eine andere art von versteckter gottesfurcht wie es in den ersten zeiten heilige gegeben habe welche den schein großer lasterhaftigkeit zur schau trugen um in der verachtung um so ungestörter der göttlichen inbrunst sich hinzugeben der verdutzte gilgus wußte nicht wie ihm geschah und suchte sich mit sprudelnder ungebärdigkeit zu helfen doch der fröhliche kaplan umwickelte ihn so dicht mit hundert zärtlichen späßen tröstete ihn der herrgott habe schon längst ein auge auf ihn und es werde noch alles gut werden daß er sich doch gewissermaßen geschmeichelt fühlte und sich auf den nächsten tag zu einem guten pfarrfrühstück bei dem kaplan einladen ließ dort lieferten sie sich zuerst wieder eine wortschlacht dann zechten sie und schlossen freundschaft zogen miteinander über feld und in den wirtshäusern herum wo der kaplan immer neue späße mit seinem neuen freunde anstellte denn er blieb immer bei sinnen und boshaft während gilgus den verstand verlor sobald er angetrunken war und über die größe seines schicksals über die feierlichkeit der zeit wo seine freude zu leben sei jämmerlich zu weinen begann wenn der kaplan ihn in solcher verfassung abends oder mittags ins schloss bringen konnte so erreichte sein vergnügen den gipfel der graf lächelte bald heiter bald verdrießlich dorothea dagegen lachte voll neugieriger lustbarkeit daß ihn dergleichen noch nie gesehen besonders wenn gilgus vor ihr auf die knie fiel und weinend den saum ihres gewandes küßte denn er hatte die gärtnerstochter mit der er zuerst schöngetan sogleich stehen lassen als er vernahm daß dortchen keine gräfin und eine stark geistige freigesinnte person sei und offenbar hielt er sie vorläufig für dazu bestimmend die freude am großen welten augenblick und am leben mit ihm zu teilen war er denn nach manchem auftritte derart wieder nüchtern geworden so verfiel er in tiefsinnige trauer und um die scharte auszuwetzen beging er allerhand kraftstücke trotz der kühlen jahreszeit stürzte er sich batend in teiche und mühlbäche so daß man in der nähe oder ferne unvermutet seine nackte gestalt auf und untertauchen sah mit blauem gesicht und nassen haaren stellte er sich dann als neu und wiedergeboren vor und der kaplan sowohl als dortchen und selbst als mutwillige röschen fanden ihre tägliche belustigung an seinem treiben der kaplan wußte bereits daß die bauern davon sprachen den heidnischen wassermaal einmal aufzufischen und ihn mit haferstroh trocken zu bürsten und auch hierauf freute er sich im voraus ich aber wurde durch den ganzen vorgang nicht nur veranlasst die eigene streitlust zu mäßigen ja sogar mich stillzuhalten sondern ich fühlte mich beschämt neben dem sonderbaren gesellen als ein kaum minder abenteuerlicher gast dazustehen vollends die art wie jener sein auge auf die schönheit des hauses geworfen erinnerte mich daran daß ich ja selbst das gleiche getan und noch tue wenn ich auch noch nichts verraten oder zu verraten bis zur stunde willens gewesen sei und das holdige lächter welches dorothea in allen züchten öfter hören ließ verdiente ich ja selbst schon in meinem innersten herzen wenn ich aufrichtig gegen mich sein wollte so musste ich gestehen ich sei allein um dorotheas willen noch dageblieben nur besaß ich nicht den mut es merken zu lassen oder etwas zu hoffen ich war also wie möglich noch nährlicher als gilgus ich geriet durch all diese widersprechenden empfindungen und gedanken in eine art von erstarrung in welcher ich mich auf meine arbeit und das stille studium der philosophischen bücher zurückzog ohne an den disputationen weiter teilzunehmen die verliebtheit dauerte dabei fort aber wie das blühen der pflanzen das in eingetretener frühlingskühle eine weile unentschieden bei halb geöffneten kelchen anhält und gleichmäßig verharrte ich in der verachtung einer nebenbuhlerschaft als welche ich das verhalten des gilgus hinsichtlich der neuen weltanschauung sowohl als dem weibe gegenüber betrachtete was freilich weder zeitgemäß noch sehr menschlich war eines vormittags kam er aufgeregt und geputzt zu mir gestürzt als ich ziemlich gesammelt und dennoch herb wie eine alte jungfer an meiner arbeit saß er trug auf dem leibe einen braunen frack mit vergoldeten knöpfen auf dem kopf eine hellfarbige reisemütze obgleich es winter war die angelegenheit mit dorothea rief er müsse sich entscheiden eine verbindung eines mannes wie er mit einer person wie dorothea wäre zu typisch als dass sie unterbleiben dürfe sie sei geradezu eine philosophie geschichtliche pflicht denn die erlösung der welt von der gottes idee müsse sich erst recht vollziehen durch die vermählung freier geschlechter repräsentanten und so weiter ich war von der schlechten gesellschaft in meiner neigung so beschämt und vergrämt dass ich über die narrheit nicht einmal zu lachen imstande war überhaupt belustigte mich die sache keineswegs indem sie selbst einen leichten schatten auf das unbefangene dortchen zu werfen schien ich fragte ihn daher unwirsch ob er in seinem fracke schon auf dem wege seiten heiratsantrag zu machen nein sagte er heute noch nicht ich will mich erst einige tage etwas sorgfältiger tragen wie es sich auf freiers füßen geziemt steht mir dieser frack nicht gut ich habe ihn von einem atheistischen banquier geschenkt bekommen einem großen gönner unseres bundes der freilich sonntags noch in die kirche geht denn er hat rücksichten zu nehmen oh wenn mein armes mütterchen das glück noch erlebt hätte das ich haben werde ihr mütterchen ist es tot schon seit zwei jahren sie hat die befreiung des menschengeschlechtes nicht mehr gesehen die trockenen blumen die ich im auge gottes aufbewahre hat sie mir noch an meinem letzten geburtstag geschenkt den sie erlebte sie hat dieselben um einen kreuzer auf dem markt eingehandelt ein neuer stich ging mir ins herz auch auf eine liebende mutter behauptete der narr anspruch zu machen und am ende war er noch ein besserer sohn als ich der ich da saß und die meinige so gut als vergaß obwohl ich wusste dass sie meiner harte so ist unser leben als wirrsal gewebt daß wir dem nächsten kaum einen tadel zuwenden den wir nicht noch eher ihn vernommen auf uns selbst beziehen können einige minuten nachdem gilgus fortgestürmt war trat dorothea mit einem körbchen voll schöner trauben und birnen herein sie sind so fleißig und zurückgezogen sagte sie daß man ihnen die kleinen erquicklichkeiten nachtragen muß essen sie von diesen früchten sonst werden sie mir zu trocken dafür sollen sie uns einen guten rat geben malen sie jedoch weiter ich sehe ihnen gerne zu sie nahm einen stuhl und setzte sich zu mir papa schreibt briefe vor sie fort mit denen er herrn gilgus fortschicken will denn er mag ihn nicht mehr da haben gilgus hat heute früh die ackerleute die auf dem felde pflügen angepredigt wie jonas die leute zu ninifee sie sollten buße tun und von ihrem heidnischen gottesglauben ablassen das kann so nicht weitergehen papa will ihn noch heute wegschicken in ziemliche entfernung und mit wohlmeinenden uriasbriefen dahin wirken daß er weiterhin versorgt und an eine vernünftige beschäftigung gebunden wird und was kann ich denn dazu raten frug ich nicht sowohl raten als helfen sie sollen ihm sofern er sich streibt zureden und die reise als etwas notwendiges und vergnügliches darstellen dann stehen ein paar koffer bereit welche den inhalt seines schrecklichen sackes wohl aufnehmen werden da sie ihm in seinem letzten stündchen beistehen werden so müssen sie ihn überzeugen daß der sack unschicklich und verdächtig sei und wie zufällig die koffer herbeischaffen es könnte sich nämlich ereignen daß er störrisch wäre und sie nicht wollte und doch mag der vater ihn nicht mit dem kornsack aus seinem hause abreisen sehen ich befürchtete zwar nicht daß gilgus die koffer zurückweise versprach aber mein bestes zu tun sie aber sagte nun schaue ich noch ein wenig zu wenn es erlaubt ist schlug die arme ineinander und saß eine viertelstunde neben mir ohne daß sie oder ich etwas dazu sprach als ich endlich einen misslungenen stein der im vordergrund meines bildes lag mit der spachtel wegräumte sagte sie hoppsa weg damit dann erhob sie sich dankte für geneigte audienz und zog sich zurück indem sie mir zugleich empfahl mich vor tisch sehen zu lassen um zu erfahren wie es gehe in der bewussten sache es ging auch ohne schwierigkeit alles vonstatten wie man wünschte gilgus fuhr ganz still und weichmütig mit wohlbepacktem gefährte von hinnen nach der nächsten posthalterei um von dort am frühen morgen weiter zu reisen als der kaplan abends zum tee erschien fand er es so still und friedlich wie wenn eine mühle abgestanden wäre er hatte in der letzten zeit zuweilen einen der älteren deutschen mystiker mitgebracht in der absicht das grundtiefe und kühne wesen solcher geister dem neuen geiste gegenüberzustellen der ebenso tiefgehend und kühn war selbst in der verzerrten darstellung durch gilgus und da es ihm hauptsächlich um das fantasienährende und parabolische zu tun war dem er nachjagte so gab es manche ausbeute zu seinen gunsten bald zugunsten der andern für heute hatte er des angelus silesius cherubinischen wandersmann aufgegriffen und bedauerte dass gilgus nicht mehr da war da er denselben durch den vortrag der wunderlichen reime zugleich zu reizen und zu bannen uns aber in spaßhafte verlegenheit zu setzen hoffte wir baten ihn dennoch vorzulesen und die kleine gesellschaft empfand die größte freude über den vehementen gottesschauer seine lebendige sprache und poetische glut das wollte ihm aber auch nicht recht passen er begann immer eifrig und nachdrücklicher zu lesen und mit jeder seite die er umschlug erhöhte sich die teilnahme an der munteren geisteserscheinung bis er das büchlein halb ärgerlich und ermüdet weg legte nun nahm es der graf in die hand blätterte darin und sagte dann es ist ein recht wesentliches und charaktervolles büchlein wie richtig und trefflich fängt es gleich an mit dem rein paar rein wie das feinste gold steif wie ein felsenstein ganz lauter wie kristall soll dein gemüte sein kann man treffender die grundlage aller solcher übungen und denkarten seien sie bejahend oder verneinend und den wert bezeichnen den man von vornherein hinzubringen muß wenn die ganze sache erheblich sein soll wenn wir uns aber weiter umsehen so finden wir mit vergnügen wie die extreme sich berühren und im umwenden eines in das andere umschlagen kann glaubt man nicht unseren ludwig feuerbach zu hören wenn wir verse lesen ich bin so groß als gott er ist als ich so klein er kann nicht über mich ich unter ihm nicht sein ferner ich weiß dass ohne mich gott nicht ein nu kann leben werde ich zu nicht er muss vor not den geist aufgeben auch dies dass gott so selig ist und lebeton verlangen hat er sowohl von mir als ich von ihm empfangen oder ich bin so reich als gott es kann kein stäublein sein dass ich mensch glaube mir mit ihm nicht hab gemein und nun gar was man von gott gesagt das knüget mir noch nicht die übergottheit ist mein leben und mein licht wo soll ich dann nun hin ich muß noch über gott in eine wüsten ziehen und wie einfach war findet man das wesen der zeit besungen in diesem sinn gedichtchen man muss sich überschwenken mensch wo du deinen geist schwingst über ort und zeit so kannst du jeden blick sein in der ewigkeit dann der mensch ist ewigkeit ich selbst bin ewigkeit wann ich die zeit verlasse und mich in gott und gott in mich zusammenfasse und die zeit ist ewigkeit zeit ist wie ewigkeit und ewigkeit wie zeit so du nur selber nicht machst den unterscheid all dies macht beinahe vollständig den eindruck als ob der gute angelus nur heute zu leben brauchte und er nur einiger veränderter äußerer schicksale bedürfe und der kräftige gottesschauer wäre ein ebenso kräftiger und schwungvoller philosoph in unserer zeit geworden das wird mir denn doch zu bunt rief der kaplan aber sie vergessen nur daß es zu schäfflers zeiten doch auch schon denker philosophen und besonders auch reformatoren gegeben hat und daß eine kleinste in ihm vorhandene ader von verneinung vollkommen gelegenheit gehabt hätte sich auszubilden sie haben recht erwiderte ich aber nicht ganz in ihrem sinne was ihn abgehalten hätte und wahrscheinlich noch heute abhalten würde ist der gran von frivolität und geistreichigkeit mit welcher sein glühender mystizismus versetzt ist diese kleinen elementchen würden ihn bei aller energie des gedankens auch jetzt noch im mystagogischen lager festhalten frivolität rief der kaplan immer besser was wollen sie damit sagen auf dem titel versetzte ich benennt der fromme dichter sein buch mit dem zusatz geistreiche sinn und schlußreime allerdings hat das wort geistreich im damaligen sprachgebrauch nicht ganz die heutige bedeutung wenn wir aber das büchlein aufmerksamer durchgehen so finden wir dass es in der tat auch im heutigen sinne etwas allzu geistreich und zu wenig einfach ist so dass jene bezeichnung jetzt wie eine ironische voraussage erscheint denn dann sehen sie aber auch die widmung an die dedikation worin der man seine verse dem lieben gott dediziert indem er ganz die form nachahmt selbst in der anordnung des drucksatzes in welcher man damals großen herren ein buch zuzueignen pflegte bis zur unterschrift sein allezeit sterbender johannes angelus betrachten sie den bitterlich ernsten gottesmann den heiligen augustinus und gestehen sie aufrichtig trauen sie ihm zu dass er ein buch worin er sein religiöses herzblut ergossen mit einer solch witzelnden affektierten dedikation versehen hätte glauben sie überhaupt daß es demselben möglich gewesen wäre ein so kokettlauniges büchlein zu schreiben wie dies eines ist er hatte geist so gut als einer aber wie streng hält er ihn in der zucht wo es mit gott zu tun hat lesen sie seine bekenntnisse wie rührend und erbaulich es ist wenn man sieht wie ängstlich er alle sinnliche und geistreiche bilder bracht alle selbsttäuschung oder täuschung gottes durch das sinnliche wort flieht und meidet wie er vielmehr jedes seiner strikten und schlichten worte unmittelbar an gott selbst richtet und unter dessen augen schreibt damit ja kein ungehöriger schmuck keine illusion keine art von schön tun mit unreinem in seine geständnisse hinein konne ohne mich zu solchen propheten und kirchenvätern zählen zu wollen kann ich doch diesen ganzen und ernst gemeinten gott mitfühlen und erst jetzt wo ich ihn nicht mehr habe erkenne ich die willkürliche und humoristische manier meiner jugend in welcher ich mit meiner vermeintlichen religiosität die göttlichen dinge zu behandeln pflegte und ich müsste mich nachträglich selber der frivolität zeihen wenn ich nicht annehmen könnte dass jene verblümte und spaßhafte art eigentlich nur die hülle der völligen geistesfreiheit gewesen sei die ich mir endlich erworben habe lachte der priester jetzt aus vollem halse da haben wir's wieder geistesfreiheit frivolität da zappelt der fisch wieder an der langen schnur und hält sich für einen luftspringer bald wird er nach luft schnappen den teufel spürt das völkchen nie möchte man fast ausrufen wenn's nicht den lieben herr gott anginge verzeih mir gott die sünde ärgerlich dass ich dem humoristischen fliegenfänger nun doch wieder ins garn gefallen entzog ich mich der unterhaltung und trat schweigend an ein fenster wo ich die sterne des großen wagens ihren stillen weg fahren sah auf einmal rief dorothea welche inzwischen das buch in die hand genommen hatte beim himmel da steht ja das artigste frühlingsgedichtchen das ich je gesehen hört blüh auf gefrorener christ der mai ist vor der tür du bleibest ewig tot blühst du nicht jetzt und hier sie eilte ans klavier und sang diese worte in einem altertümlichen choralsatze von sehnsüchtig lockendem tone doch trotz der kirchlichen form mit einem verliebt zitternden weltlichen ausdruck in ihrer stimme vierter band dreizehntes kapitel das eiserne bild anfang obgleich noch nicht weihnacht da war schien gegen die ordnung der natur in der tat der lenz kommen zu wollen während die worte und die melodie von dorotheas frühlingslied mir in den ohren klangen hörte ich die ganze nacht den südwind wehen den schmelzenden dünnen schnee von den dächern tropfen und am morgen lag eine unnatürlich warme sonne auf den getrockneten gefilden während die bäche voller dahinrauschten und murmelten nur die blumen die maßliebchen und die schneeglöchchen fehlten dennoch tönte es noch fortwährend in mir der mai ist vor der tür du bleibest ewig tot blühst du nicht jetzt und hier noch gestern hatte ich geglaubt mit meiner verschwiegenen verliebtheit hoch über allem zu stehen was ich je über liebe gedacht und empfunden und nun musste ich erfahren daß ich keine ahnung gehabt von der veränderung die in dieser falschen frühlingsnacht vorging das gattungsmächtige im menschen erwachte mit aller gewalt seines wesens in mir das gefühl der schönheit und vergänglichkeit des lebens verdoppelte sich und zugleich schien mir alles heil der welt nur auf diesen zwei schönen augen zu stehen während ich sie aber aus dankbarkeit schon für ihr bloßes dasein liebte und ehrte verschmähte ich sie auch nur in gedanken mit meiner person zu behelligen aus lauter demut und furcht und doch war demut und furcht wieder eine lüge wenn sie zwanzig mal mit unbestimmten hoffnungen mit vorstellungen von glück und freude wechselten statt zum entschlusse weiser flucht zu führen mit ruhe und arbeit war es nun vorbei denn so wie ich etwas in die hand nehmen wollte verirrten sich meine augen in das weite und alle gedanken flohen dem bilde der geliebten nach welches ohne einen einzigen augenblick zu weichen überall um mich her schwebte während es zu derselben zeit schwer wie aus eisen gegossen in meinem herzen lag schön aber unerbittlich hart und schwer von diesem eisernen drucke der mir sehr neu und grausam vorkam war ich nur in dortchens gegenwart frei kaum sah oder hörte ich sie nicht mehr so stellte er sich wieder ein und ich konnte ihn füglich ebenso wohl als ein körperliches wie als ein moralisches übel betrachten die heftigkeit des zustandes wurde keineswegs durch das beschämende bewusstsein gemildert das sich an dem eben verbannten peter gilgus einen rolligen genossen besaß wie ich überhaupt nicht viel von der meinung halte physische oder geistige leiden seien leichter zu tragen wenn sie miteinander geteilt werden war gilgus auch in seiner art von mir verschieden so standen wir uns doch darin gleich daß beide als arme zuflüchtige in das haus gekommen und mit dem begehren nach der tochter endeten der unzeitige frühling hielt wochenlang an in den gehölzen blühte schon der seidelbast so daß ich an weihnachtsabend da ich nichts anderes hatte eine handvoll der roten duftenden zweige auf den bescherungstisch legen konnte es wurde übrigens nur den angestellten und dienstleuten beschert und ohne weitere festlichkeit denn der graf sagte es ziehme sich nicht mit den kirchlichen nur die lustbarkeiten nicht aber die peinlichkeiten und die andachten zu teilen als der tisch geleert und das volk abgezogen war lag mein strauß noch da droht her er griff ihn und sagte wem gehört denn eigentlich die schöne daphne gewiß mir ich seh's ihr an wenn ihnen die jahreszeit nicht allzu verdächtig ist sagte ich so erbarmen sie sich dieser zu früh gekommenen sendboten ei was man muss das gute nehmen wie's kommt haben sie dank wir wollen die zweige gleich ins wasser stellen sie sollen uns das ganze haus durchduften dorothea war nicht nur an diesem abend sondern über die ganze festzeit aufgeräumt und von lieblichster laune besonders am neujahrstage wo zum ersten male seit ich im hause war sich eine größere gesellschaft zu einem festmale einfand nicht nur der kaplan sondern auch der pfarrherr der arzt ein oberamtmann und einige edelleute jugendgenossen des grafen welche trotz seiner verpönten gesinnungen ihm zugetan blieben waren da selbst ein paar aufgeweckte ältere damen kamen angefahren und verbreiteten sogleich den guten freien oder den freien guten ton der in gewissen zeiten oft nur noch in der gewalt der alten frauen steht die andere tage gesehen haben und für sich nichts mehr fürchten noch hoffen es wurde nichts gesagt was der einzelne nicht hören durfte und doch auch nichts verschwiegen was irgend mit wohlwollender heiterkeit anzubringen war jeder fand seine gelegenheit ein wort mitzusprechen und keiner missbrauchte sie weil das treffendere und deshalb scheinbar neuere schon gesagt war sofern einer darauf ausging dergleichen zu leisten selbst der kaplan übte seine künste mit höflicher mäßigkeit und der pfarrherr ein rechtgläubiger aber nicht bösartiger katholik zog von vornherein eine so generose linien des allenfalls zu duldenden um seine behagliche person dass die überschreitung der grenzwehr niemandem einfiel und sogar nicht einmal eine merkliche annäherung versucht wurde ungeachtet dieses heiteren daseins nahm ich meine zeit wahr um mich für einmal zurückzuziehen da ich durch mein dableiben weder aufzufallen noch zu stören wünschte für den augenblick etwas ruhiger geworden begab ich mich in die alte hauskapelle und machte mir dort einiges mit meinen bildern zu schaffen die halb eingetrocknet dastanden wie ich mich so in der stille befand kam mir plötzlich die mutter in den sinn welche in der fernen heimat saß und nicht wusste wo ich war indessen es mir hier wohl erging längst hätte ich hier nun nachricht geben können und sollen da sich die umstände ja für einmal tröstlich verändert hatten da sich es dennoch immer verschob geschah aus unklar ineinander fließenden ursachen erstlich hielt ich allerdings meine angelegenheiten nicht mehr für so sehr wichtig und besprechenswert seit ich aus der not erlöst war dann dachte ich wieder durch die freude einer unvermuteten ankunft alles gut zu machen bis wohin die kurze spanne zeit gegenüber den verflossenen jahren nicht mehr in betracht käme endlich aber scheute ich mich unbewusst bei dem jetzigen inneren zustande irgendeinen laut von mir zu geben zumal die geheime selbstliebe trotz aller gegenteiligen gedankengänge und vorsätze sich doch nicht eingestehen wollte dass jede entscheidung undenkbar sei als ich nun in einiger ruhe dies wirsal beschaute faßte ich doch den entschluß die stille stunde zu benutzen und der mutter zu schreiben wo ich sei wie es mir gehe und daß ich bald heimkehren werde zu diesem zwecke ging ich nach dem gartenhause hinüber wo ich etwas bücher und schreibzeug liegen hatte auf dem wege dahin bemerkte ich daß die gesellschaft sich in dem wie im frühlingslicht eruhenden park her ging das konnte mir als merkwürdiges bild eines neujahrstages und meines aufenthaltes gleich zum eingang des briefes dienen kaum war ich aber in meinem zimmer oder schlafselchen angelangt so klopfte es und röschen die gärtnerin erschien in der sonntagstracht der landesgegend vom zierlichsten schnitte die wollene pelzverbrämte jacke trug sie der warmen luft wegen nur am arm so daß die brustbekleidung von grüner seide mit ihren silbernen häkchen und knöpfchen den wuchs des hübschen mädchens um so feiner zeichnete ein kleines gehäube von schwarzem samt und spitzen zusammengesetzt bekleidete den ausgang der starken goldenen zöpfe von denen der eine wie aus übermut über die schulter nach vorn gezogen war und mit der jacke auf dem arme lag sie war von seiten des fräuleins an mich abgesandt mit der aufforderung sogleich nebst der botin zu ihr zu kommen und den frauenzimmer den ort zu zeigen wo ich den blühenden seidelbast gefunden habe das mädchen lächelte artig und schalkhaft bei seiner verrichtung seines vorteilhaften aussehens wohl bewusst der schöne anblick saß mir auch fest im auge doch nahm ich denselben lediglich zugunsten der herrin deren schönheit ich ihnen zurechnete ohne zögernd ließ ich liegen was ich vorgehabt und eilte mit dem mädchen durch bäume und herrschaften nach dem kirchhofe wo dorothea wartete wo stecken sie denn rief sie mir entgegen wir wollen noch mehr von dem blühenden zeiland suchen das kann man nicht alle neujahrstage übrigens sind wir die einzigen jungen leute hier und dürfen uns auf unsere weise auch ein bißchen des lebens freuen sie ergriff somit meinen arm und wir gingen von röschen begleitet nach dem buchenwald den wir in acht oder zehn minuten erreichten der waldboden war trocken wie im sommer und sobald wir ihn betraten fing dortchen an zu singen und zwar ein wirkliches volkslied und im tone wie das volk selber singt treuherzig und mit den kleinen schnörkeln verziert die jenes anzuhängen pflegt röschen fiel alsbald mit der zweiten stimme ein etwas tief und derb so daß es klang wie wenn zwei gesunde landmädchen durch den sonntäglichen wald gingen natürlich waren es von den wehmütigen liebesgeschichten die sie einen nach der andern anstimmten und andächtig zu ende führten ohne daß dortchen meinen arm fahren ließ bis ein rötlicher glanz uns anzeigte daß einige sträucher der gesuchten pflanze in der nähe waren denn die sinkende sonne streifte durch die buchenstämme und traf die blühenden zweige der daphnäen wie dortchen sie mit dem botanischen titel nannte der mir unbekannt gewesen sie jauchzte fröhlich auf und beide mädchen liefen sogleich hin von den narkotisch duftenden zweigen die schönsten zu brechen während ich mich auf den stamm eines gefällten baumes setzte und ihnen zuschaute mit wohlgefallen jeder ihrer bewegungen mit den augen folgen als sie ihre ernte gehalten ging röschen weiter noch mehr sträucher aufsuchend und das mädchen verlor sich allmählich hinter den bäumen dorothea hingegen kam und ließ sich bei mir nieder indem sie mir ihren blütenstrauß unter die nase hielt ist es nun nicht hübsch hier sagte sie und sind sie nicht froh dass wir sie aus ihrem schlupfwinkel geholt haben ich wollte an meine mutter schreiben antwortete ich haben sie ihr denn nicht schon früher auf den heutigen tagen ein neujahrsbrief geschickt ich habe ihr noch nicht geschrieben seit ich hier bin sie weiß gar nicht wo ich lebe sie weiß es gar nicht wie können sie so was tun ich blickte seitwärts und kratzte mit den fingern ein kleines moosgärtlein weg das auf der silbergrauen rinde des stammes saß dann sagte ich daß ich einen so langen aufenthalt nicht vorgesehen und endlich gedacht hätte die mutter umso froher zu überraschen wenn ich schließlich selber käme das muss ich sagen rief sie morgen müssen sie aber schreiben ich leide es nicht länger wer ein solches mütterchen hat sollte seinem schöpfer danken wissen sie dass ihr buch aussieht wie ein herbarium überall wo mir etwas freude machte oder wo ich ihnen gern die lefitten gelesen hätte legte ich ein grünes blatt oder gras hinein es liegt in meinem sekretär eingeschlossen mehr als einmal wenn ich von ihrer mutter las dachte ich könntest du doch bei einem solchen mütterchen mit unterkriechen die du keines gekannt hast aber morgen wird geschrieben sie müssen auf meinem zimmer schreiben und ich geh ihnen nicht von der seite bis der brief fertig und zugemacht ist und wenn sie volksam sind so schreib ich selbst noch einen gruß mit hinein das wird doch wohl nicht angehen sagte ich warum denn nicht o gefrorener christ warum denn nicht darf ich ihre mutter nicht grüßen und wollen sie nicht schreiben statt zu antworten arbeitete ich fleißig weiter an der ausreutung des moosfleckes denn das eiserne bild dortchens drehte sich in meinem herzen um während ich neben dem urbilde saß was es sonst nie tat und es war als ob es mit furchtbarem druck der schweren eisenhände sich gegen die wände seiner dunklen behausung stemmte indessen ergriff sie meine hand und wiederholte mit leiserer stimme warum wollen sie nicht oder soll ich für sie schreiben gleichsam in ihrem auftrage nein das geht auch nicht aber diktieren will ich ihnen was ich denke dass es der mutter vergnügen macht und sie brauchen bloß nachzuschreiben nun ich aber antworten konnte war röschen mit einer ganzen schürze voll märzglöchchen herbeigesprungen die sie gefunden und es war zeit zum schlosse zurückzugehen dorthin ließ das gespräch fallen sie nahm auf dem rückwege meinen arm nicht wieder ging aber dicht neben mir her plötzlich sagte sie röschen leih mir deine jacke wenn du sie nicht brauchst es fängt doch an mich zu frösteln röschen reichte ihr das kleidungsstück es fand sich aber dass es für den höheren wuchs der dorothea zu klein und zu eng war so dass sie es nicht anziehen konnte wollen sie sich nicht meines rockes bedienen sagte ich mit unbeholfenem scherze und sie antwortete nein in ihrer haut mag ich nicht stecken sie kalter fisch ins schloss zurückgekehrt hatte sie dem tee vorzustehen der noch eingenommen wurde und nachher die verabschiedung der einzelnen gäste beizuwohnen als ich mit dem grafen und dem kaplane noch bei einem glase punsch zusammensitzen mußte kam sie gute nacht zu wünschen sie legte dem ersteren den arm um die schulter und sagte scherzhaft weinerlich so eine adoptivtochter führt doch ein elendes leben nicht einmal ihrem vater darf sie einen kuß geben wenn sie zu bett geht was fällt dir ein du närrchen sagte der graf lachend das geht allerdings nicht und würde sich nicht schicken hier wendete sich das eisen in meinem herzen wieder und rückte mich jämmerlich die ganze nacht dazu fing es an mir den hals zuzuschnüren und ich konnte nicht anders luft bekommen als durch den ausbruch einer tränenflut und erbärmlichen schluchzens zum ersten mal in meinem leben wegen liebessachen der unwillen über diese schwachheit vermehrte das übel sowie auch die unliebsame entdeckung das durch die wahre leidenschaft als welche ich die geschichte ansah die freiheit der person und jede vernünftige selbstbestimmung verloren gehe mich elend machte als es endlich tag wurde war der falsche lenz vorüber und es fiel ein mit schnee vermischter regen dortchen sagte als ich im schlosse erschien nichts mehr von schreiben und ich selbst vermachte erst recht nicht mich daran zu machen eine abermalige neue erfahrung war der widerwille gegen das essen welchen aus solchen ursachen zu empfinden ich nie für möglich gehalten hätte denselben zu verbergen damit er nicht auffiel kostete die größte mühe und alles das in einem alter wo ich doch kein konfirmand mehr war auch bedauerte ich dass diese schöne brotsparende leidenschaft nicht zur zeit meiner hungersnot besessen zu haben wo sie mir die besten dienste geleistet hätte diese real ökonomische observation hinwider nicht der dorothea zu ihrer belustigung mitteilen zu dürfen drückte mir fast das herz ab dortchen dagegen schien nicht übel aufgelegt und sogar mit jedem tage besser ohne sich stark um mich zu kümmern sie machte geldstücke wie kreisel über den tisch tanzen brachte kinder herbei und setzte ihnen papiermützen auf die köpfe ließ auf dem hofe hunde abortieren und was dergleichen unschuldige schwänke mehr waren und alles dünkte mich unergründlich merkwürdig reizvoll und bestrickte mich all die kleinen teufeleien verrieten täglich heller eine ursprüngliche anmut und beweglichkeit des gemütes und zeigten mit federleichten wendungen dass sie tausend nücken unter den locken sitzen hatte wenn nun erst die offene klare herzensgüte was man so die holzseligkeit am weibe nennt uns gewinnt so bringt uns nachher wenn wir in unserer einfalt entdecken dass die geliebte nicht nur schön und gut sondern auch gescheit und beweglich ist die fröhliche kinderbosheit des herzens vollends um ruhe und verstand und so ging auch mir ein neues licht auf und es befiel mich ein heftiger schreck nun gewiß nie wieder ruhig zu werden da ich gerade dies kurzweilige frauenleben niemals mein eigen nennen könne denn wenn die liebe nicht nur schön und tief sondern auch recht eigentlich kurzweilig ist so erneut sie sich selbst in jedem augenblick das bisschen leben hindurch und verdoppelt den wert desselben und nichts macht trauriger als ein solches leben möglich zu sehen ohne es zu gewinnen ja die allertraurigsten leute sind die welche glauben das zeug dazu zu haben recht lustig zu sein und dennoch traurig sein müssen aus mangel an guter gesellschaft so dachte und fühlte ich damals weil ich nicht wusste dass es wichtigere und dauerhaftere dinge in der welt gibt als jene jugendliche kurzweil da das schöne wesen mir mit jedem tage anders und unbegreiflicher erschien obgleich sie immer dieselbe war so verlor ich zuletzt alle unbefangenheit des verkehrs und um die heilung meiner krankheit zu versuchen zog ich mich wie ein einsiedler in die wildnis zurück das heißt unter dem vorgeben die gegend land und leute recht anzusehen fing ich an bei jeder witterung gut oder schlecht den tag im freien zuzubringen ich hielt mich aber meist auf den waldigen höhen auf unter alten tannenbeständen oder in verlassenen köhlerhütten ohne menschliche gesellschaft was schon aus dem grunde gut war weil ich immer nur mit dem einen gegenstand beschäftigt und die herrschaft über mich selbst vergessend laut zu denken und zu sprechen begann besonders mit der klage über den schmählichen druck der mir wie eine fremde krankheit angeworfen war und den ich hundertmal mit der hand wegzuwischen suchte ist diese teufelei also die wirkliche liebe sagte ich eines tages laut vor mich hin als ich unter bäumen einsam hockte und über das land wegblickte habe ich nur ein stück brot weniger gegessen als anerkrank war nein habe ich eine träne vergossen als sie starb nein und dort hatte ich so schön mit meinen gefühlen ich schwur der toten ewig treu zu bleiben dieser lebendigen aber treue zu schwören wäre mir nicht einmal möglich dass ich das ja von selbst versteht und ich mir nichts anderes denken kann wenn diese schwer erkranken oder gar sterben sollte würde ich dann imstande sein dem ereignis so aufmerksam zuzusehen und es gar zu beschreiben oh nein ich fühle es würde mich brechen und die welt verfinstern und welch ein praktischer kerl bin ich dennoch gewesen als ich so platonisch so ganz nach dem schema liebte und ein grüner junge war wie unverschämt habe ich da geküsst die kleine und die große zum morgen und zum abendbrot und jetzt da ich so manches jahr älter bin und ein stück welt gesehen habe wird es mir schon bang wenn ich nur daran denke diese schöne und gute person zu unbestimmter zeit irgend einmal küssen zu dürfen ende des ersten teils des dreizehnten kapitels im vierten band gottfred keller der grüne heinrich vierter band dreizehntes kapitel ende dann starrte ich wieder in die luft hinaus doch kaum waren einige minuten vergangen während welcher ich neugierig eine wolke oder einen gegenstand am horizont oder ein schwankendes reiß zu meinen füßen betrachtete so kehrten die gedanken wieder zu ihrer alten last zurück denn das eiserne bild erlaubte nicht daß sie länger anderswo spazieren gingen als ich eines tages einen steilen klippenpfad hinunterstieg trat ich in der traurigen zerstreutheit fehl und torkelte wie ein sinnloser über die felsen daß ich nicht wußte wie ich unten ankam und mich zu meiner kränkung und beschämung ziemlich verletzte ein anderes mal saß ich im feld auf einem verlassenen pflug der in der abgebrochenen ackerfurche stand und machte wohl ein sehr betrübt dummes gesicht denn ein vergnügt grinsender feldlümmel der mit einem irdenen selters krüglein das ihm am rücken hing dahingeschlenkert kam stand vor mir still gaffte mich an und begann endlich unbändig zu lachen indem er sich mit dem ärmel über mund und nase fuhr schon das arme krüglein tat mir in den augen weh da es so stillvergnügt und unverschämt von der schulter dieses burschen baumelte der wahrscheinlich seinen vespertrunk darin mitgeführt hatte wie konnte man ein solches krügelchen herumtragen als ob es kein dortchen in der welt gäbe da der grobe kerl nicht aufhörte da zu stehen und mir ins gesicht zu lachen stand ich auf trat weinerlich und leidvoll auf ihn zu und schlug ihn derart hinter das ohr das der arme kerl zur seite taumelte und ehe er sich wieder fassen konnte prügelte ich all das weh auf den fremden rücken und zerschlug auch seinen krug das mir die hand blutete bis der feldlümmel welcher glaubte der teufel sei hinter ihm her sich aus dem staube machte und erst aus einiger entfernung anfing mit steinen nach mir zu werfen nach dieser humanen heldentat ging ich langsam davon schüttelte den kopf und seufzte über soviel herzeleid das in der welt sei von solcher aufführung selbst angegriffen dachte ich nicht mich daran aufzureiben sondern suchte den weg mich aus dem irrsaal zu befreien ich musterte und verglich alle umstände um feststellen zu können dass ich nicht der mensch sei eine neigung wie diejenige dortchens erwecken zu können was dem einen recht ist ist dem andern billig und wie du mir so ich dir sind zwei goldene sprüche auch in liebeshändeln wenigstens für sonst verständige menschen und die beste kur für ein krankes herz ist die unzweifelhafte gewißheit daß sein leiden nicht geteilt wird nur eigensinnige und selbstsüchtige verfassungen laufen gefahr sich aufzulösen wenn sie von denen nicht geliebt werden die ihnen gefallen aber was hätte sein können und nicht geworden ist macht unglücklich der trost hilft nicht daß die welt weit sei und hinter den bergen auch noch leute wohnen nur das gegenwärtige was man kennt ist heilig und tröstlich nachdem ich nun ausgemacht hatte daß dortchen nicht an mich denke ward ich etwas ruhig und begann zu ratschlagen ob ich zum danke für ihre liebenswürdigkeit ihr die sache entdecken wolle oder nicht ich gedachte im ersten falle gelegentlich eh ich abreiste ihr lachend und manierlich zu gestehen welchen rumor sie mir angerichtet und sie zugleich zu bitten sich nicht darum zu kümmern denn nun sei alles wieder gut und ich wohl und munter auf der andern seite aber tauchte die besorgnis auf ein derartiges geständnis möchte doch als schlaue liebeswerbung angesehen werden und mich in ein schiefes licht bringen der geliebten aber einen trüben tag bereiten ich verfiel daher wieder in ein unruhiges und trauriges nachsinnen ob ich es tun wolle oder nicht bis zuletzt es mir doch möglich schien mit unbefangenem vertrauen ihr doch offene darstellung des über mich gekommenen ungewitters unter scherz und lachen eine kleine erheiterung zu gewähren die sie wohl verdiene und mir zugleich die verlorene ruhe zu verschaffen und zwar nahm ich mir vor es sofort zu tun es war eben sonnabend und das gute wetter auch für den kommenden tag in aussicht ich beschloß daher den sonntagmorgen mit seinem stillen glanze zu der verwegenen verhandlung zu benutzen heute aber mich nicht mehr sehen zu lassen um nicht durch neue eindrücke irre zu werden in meinen vorsätzen der morgen geriet auch auf das schönste ein wirklicher vorfrühling lachte mit seinem wolkenreinen himmel durch alle fenster und ich war trotz einiger süßer bangigkeit doch guter dinge da ich meiner baldigen freiheit und erlösung von der schmählichen beklemmung entgegen sah und mir einbildete nichts anderes erreichen zu wollen und dennoch beruhte die ganze süße aufregung in welcher ich mich feiertäglich herausputzte und fortwährend auf neue scherze sann die ich in die bevorstehende plaudereie verflechten wollte auf dem selbstbetruge mit dem ich mir verbarg dass mich nur der wunsch beseelte mit dorotheen wohl oder übel von liebe zu sprechen aber es fand sich daß sie schon am sonnabend meilenweit weggefahren war um eine freundin zu besuchen und daß sie von dort nach der residenz gehen und überhaupt mehrere wochen abwesend sein werde damit war alle meine hoffnung zunichte und der blaue himmel in meinen augen schwarz wie die nacht das erste was ich tat war dass ich wohl zwanzig mal den weg vom gartenhaus nach dem kirchhof hin und zurück ging und mich dabei auf die seite des pfades drückte an welcher dortchen mit dem saume ihrer gewänder hin zu streifen pflegte aber auf diesen stationen brachte ich nichts heraus als daß das alte elend mit verstärkter gewalt wieder da war und die vernunft wie das gewicht im herzen war auch wieder da und drückte fleißig drauflos der graf hatte die ganze zeit über seiner einzigen leidenschaft der jagd gelebt und war daher wenig zu hause geblieben jetzt schien er der sache etwas müde zu sein und begann mich wieder aufzusuchen er fand mich in der kapelle da ich keinen grund mehr hatte in die wildnis zu laufen und hier am einsamsten war wie steht's denn mit den bildern meister heinrich sagte er mir auf die schulter klopfend rücken sie vor nicht sonderlich erwiderte ich kleinlaut und trügselig es eilt ja nicht sie sind uns noch lange willkommen dennoch seh ich ihnen am gesicht an daß es gut ist wenn sie von der sache mit guter manier bald frei werden du trifft es besser als du weißt dachte ich und machte mich plötzlich mit so grimmiger entschlossenheit an die arbeit dass ich vor ablauf von drei wochen mit den bildern fertig war während sie zum trocknen an der luft standen bestellte ich beim tischlern die kisten in denen sie nach der hauptstadt gesendet werden sollten dann stellte ich einige streifereien an um nicht still liegen zu müssen und als ich eines abends spät nach hause kehrte sah ich vom garten aus dorotheens zimmer erleuchtet mit dem schlaf den ich während der letzten fleißigen tage wiedergefunden war es nun abermals aus obgleich ich noch nicht wußte daß sie wirklich da war am morgen erschien röschen und berief mich zum frühstücke welches ihrer ankunft zu ehren gemeinsam eingenommen werde als ich in das schloss kam erklang ihre stimme durch das haus sie spielte und sang wie eine nachtegall am pfingstmorgen und alles war voll leben und fröhlichkeit nur ich war traurig und einsilbig daß scheiden nun doch vor der türe stand sie schien aber davon nichts zu merken sondern trieb allerlei mutwillen der mich immer wieder aufregte und verwirrte dabei wandte sie sich immer an andere und brauchte vorzüglich das dienstfertige röschen als trägerin und gehilfin ihrer possen als dieses gelegentlich ein kleines silberlachen hören ließ das sich auf meine düstere laune bezog lief ich dem mädchen nach packte es und faßte es in den arm indem ich mit der andern hand sein köpfchen festhielt wer wird hier ausgelacht und was willst du denn du gänseblümchen rief ich das blühende kind zappelte und sträubte sich lachte aber fort unversehens hielt es still und flüsterte mir ins ohr lassen sie uns doch lachen das gnädige fräulein ist so vergnügt und zufrieden dass sie wieder da ist wissen sie warum als ich das schlimme geschöpf verblüfft und errötend frei ließ legte sie mir die hand auf die schulter und ist weiter sie war so traurig die ganze zeit denn sie ist verliebt wissen sie in wen ich fühlte das herz beinah still stehen und sagte tonlos nun in wen denn ein rittmeister bei den kürassieren hauchte sie nun ganz leise himmlische tracht schneeweißer mantel stahlharnisch und hoher silberhelm ein geschwungener kam darauf und das ganze schön wie ein hektor sagt sie obgleich unser schwarzer hund so heißt damit sprang sie davon und eilte der herrin nach die schon vorher entschlüpft war ich merkte freilich dass scherz getrieben wurde allein die schilderung eines schönen reiteroffiziers bekam ja an sich schon nicht gut in solchem zusammenhange glücklicherweise langten die kisten für die bilder an welche sofort eingepackt wurden ich schlug selbst die nägel in die deckel dass die kapelle von den zornigen schlägen wiederhallte denn mit jedem schlage nahm ich mir gewisser vor am nächsten tage fortzugehen und so dünkte es mir als nagel ich den eigenen sarg zu aber nach jedem schlage schallte ein klangreiches gelächter oder ein fröhlicher triller von den korridoren und treppen her die mädchen jagten hin und wieder und schlugen türen auf und zu das bewirkte daß ich in meine gartenwohnung ging und gleich auch den reisekoffer packte den ich samt neuem inhalt bei meinem letzten aufenthalte in der residenz gekauft hatte als ich damit fertig war ging ich höchst schwermütig aber gefasst ins freie und nach dem kirchhofe dort setzte ich mich auf dortchens lieblingsbank und hoffte sie werde etwa herkommen und ich wenigstens noch einige minuten bei ihr sitzen können ohne bosheit noch gefährde um sie nochmals recht anzusehen sie kam auch richtig nach einer viertelstunde angerauscht aber von der gärtnertochter und dem schwarzen hektor begleitet da entfernte ich mich eiligst im glauben sie hätten mich noch nicht gesehen und lief hinter die kirche als ich dort die mädchen widersprechen und lachen hörte ging ich in der verwirrung in das dorf und betrat das pfarrhaus um beim kaplan zuflucht zu suchen angeblich aber um meine abreise anzukündigen ich fand ihn essend am tisch sitzend über den die nachmittagssonne hinweg schien ich esse hier mein vesperbrötchen sagte er wollen sie nicht mithalten ich danke erwiderte ich wenn sie erlauben so will ich ihnen sonst ein wenig gesellschaft leisten das sind mir junge leute heutzutage sagte der hochwürdige das hat ja gar keinen ordentlichen deutschen appetit mehr na die gedanken sind auch danach da kann freilich nicht viel anderes herauskommen als nichts und wieder nichts seit wann sind hochwürdend so materialistisch verwechseln sie mir nicht das erschaffene mit dem unerschaffenen unseliger adept und nehmen sie platz ein schluck bier wird ihnen mindestens nicht zu schwer sein so beschäftigte er sich eilig weiter mit der großen schüssel die vor ihm stand dieselbe enthielt die anhängsel und profilstücke eines frisch geschlachteten schweines die ohren die schnauze und den ringelschwanz alles soeben gekocht und dem geistlichen lieblich in die nase duftend er pries das aufgetürmte gericht als unübertrefflich an einfacher zartheit und unschuld und trank einen tüchtigen krug goldenen braunen bieres dazu als ich etwa zehn minuten da gesessen hatte klopfte es an der tür und dorothea trat nur von dem schönen hund begleitet anmutig und höflich herein schien aber ein klein wenig befangen zu sein ich will die herren nicht stören sagte sie ich wollte nur den herr kaplan bitten heute abend bei uns zu sein da herr lee morgen fortreist sie sind doch nicht abgehalten gewiß werde ich kommen erwiderte der kaplan der sich schon wieder gesetzt hatte und seine angenehme arbeit fortsetzte bitte mein liebster holen sie doch einen stuhl für das gnädige fräulein das tat ich mit großem eifer und stellte einen zweiten stuhl an den tisch mir grad gegenüber dorothea dankte mit freundlichem lächeln und sah bescheiden vor sich nieder indem sie platz nahm nun war ich doch glückselig da ich in der wohnlichen und sonnigen priesterstube ihr gegenüber saß und sie sich so gutmütig und still verhielt der kaplan sprach essend und immer allein und wir brauchten ihm nur zuzuhören indes der hund mit feurigen augen und offenem munde auf schüsselhände und mund des hochwürdigen starrte ach der arme hund wir sind gelüstet sagte dortchen essen sie dies auch herr kaplan oder erlauben sie daß ich es ihm gebe sie zeigte hierbei auf das krumme schwänzchen das sich manierlich auf dem rande der schüssel darstellte die sauschwänzchen sagte der kaplan nein mein fräulein das können sie ihm nicht geben das essig selber warten sie hier ist etwas für ihn und er setzte dem lüsternen tier einen teller vor in welchen er allerhand knöchelchen und knorpelwerk geworfen hatte dortchen und ich sahen uns unwillkürlich an und mußten lächeln weil die ungetrübte freude des geistlichen an dem bescheidenen gegenstande uns erheiterte auch der hund der sich begierig mit seinem teller unterhielt vermehrte durch seine behaglichkeit die gute stimmung dortchen streichelte ihm den kopf als ich eben mit der hand über seinen glänzenden rücken fuhr und als sie achtlos gefahr lief mir mit ihrer hand zu begegnen zog ich die meinige höflich zurück worauf sie mich schnell mit einem halben lächeln anblickte am offenen fenster wehten die vorhänge sachte von der luft bewegt und vor demselben tanzte ein schwarm schimmernder mücklein in der sonne die einzelnen kaum erkennbar mit einer hast und leidenschaft durcheinander als ob sie die kürze der ihnen verliehenen frist gekannt hätten die sich vielleicht nach halben stunden berechnete in diesem augenblick wurde der geistliche herr von der haushälterin abgerufen um anstelle des abwesenden pfarrers einem vorbeschiedenen unfriedfertigen ehepaar audienz zu erteilen das muß doch immer gezankt haben es ist ein graus mit diesen eheleuten rief der über die störung ungehaltene zölibatär räumt den tisch ab therese ich esse nachher nicht mehr damit lief er nach dem studierzimmer des pfarrers ohne uns zu verabschieden und wir waren so veranlasst an dem weißgedeckten tische sitzen zu bleiben denn die wirtschafterin nahm bloß schüsse und teller mit und ließ das tuch liegen ich blickte wortlos auf die runde weiße fläche die von der jungen sonne beleuchtet zwischen uns glänzte das wort eheleute das der geistliche zuletzt ausgesprochen klang noch gleichsam in der luft da niemand sprach denn auch dortchen saß schweigend da die hand auf den kopf des hundes gelegt der mit seinem schmause auch fertig war das verfängliche wort klang aber nicht mit seinem zusammenhange nach sondern erweckte mir die vorstellung von zwei leutchen die glücklich in häuslicher abgeschiedenheit am tisch sich gegenüber sitzen es war als ob das weiße rund sich mit bildern des glückes belebte und es ergriff mich ein tiefes leiden um dortchen da es mir beim himmel nicht möglich schien daß sie anders als an meiner seite glücklich und zufrieden alt werden könne mit einem seufzer richtete ich die feucht werdenden augen auf und sah erschrocken wie dortchens augen mit teilnahme auf mir zu ruhen schienen während die geschlossenen lippen ein weicher nicht unfreundlicher ernst den schönsten ausdruck gab und das haupt nachdenklich sich leicht seitwärts neigte auch nachdem ich aufgeblickt veränderte sie haltung und ausdruck nicht sofort und erst als ihre augen auch einen feuchteren glanz bekamen nahm sie sich zusammen das bild dieses augenblickes ist mir auch geblieben gleich dem stillen glanz eines sternes den man einmal in ungewöhnlich klarer luft leuchten sah und niemals vergisst ich rang nach worten um das schweigen zu unterbrechen und dortchen mit dem gleichen bestreben schneller fertig öffnete eben den mund als die wirtschafterin des pfarrhauses wieder eintrat und nicht mehr wegging daß sie sich berufen fühlen mochte die junge herrschaftsdame zu unterhalten es dauerte nicht lange so kehrte auch der kaplan von seinem geschäft zurück das er rascher erledigt als er gehofft hatte und da sich nun ein haushälterisches gespräch abzuspinnen begann benutzte ich die gelegenheit grüßte und entfernte mich um ein volles herz hinaus zu flüchten dortchen sah mir nach und rief mir zu ich möge doch nicht zu spät im schlosse erscheinen nach einigem herumstreifen gelangte ich an die stelle wo ich bei meiner ankunft aus dem walde herausgetreten war und die abendliche regenlandschaft mit dem gute und der alten kirche erblickt hatte ich ging auf die kirche zu und in dieselbe hinein und da ein altes mütterchen darin kniete und ihr gebet murmelte schlich ich hinter ihr weg in eine art krypta welche den ältesten teil des gebäudes und einen halbdunklen raum bildete dessen romanische fenster zur hälfte vermauert waren in diesem raume war er im laufe der zeit eine menge gegenstände untergebracht worden die ihn verengten vorzüglich tat dies ein grabmal von schwarzem kalkstein auf welchem ein langer ritter ausgestreckt lag die hände auf der brust gefaltet an seiner seite auf dem rande des sarkophages stand eine fest verschlossene und verlötete büchse von bronze in form einer kleinen urne zierlich gegossen und ziseliert und mit einer schlanken kette vom nämlichen metall an dem brustharnisch des steinernen ritters befestigt nach der überlieferung enthielt die büchse das einbalsamierte und vertrocknete herz des beigesetzten und das gefäß wie die kette war gänzlich oxidiert und schillerte grünlich im zwielicht der krypta das grabmal aber gehörte einem burgundischen ritter an der gegen ende des fünfzehnten jahrhunderts von wilder und unsteter aber ehrlicher natur von allerhand unstern und frauenmißhandlung verfolgt durch die länder geirrt war und bei den vorfahren des grafen hier seine letzte zuflucht gefunden hatte wo das herz dann endlich an einem letzten verrate gebrochen sein sollte das grabmal hatte er sich selbst gestiftet und den einsamen platz dazu ausgebeten die gruft des gräflichen geschlechtes war schon damals in die größere kirche verlegt worden an das herz in der büchse knüpften sich verschiedene sagen die vom volk erzählt wurden wie zum beispiel der verliebte burgauner verordnet habe sein herz solle so lang auf seinem grab angebunden bleiben bis lebendig oder tot eine gewisse dame komme und es in das vaterland heim hole und geschehe es nicht so sollte sie so wenig ewige ruhe finden als er sie zu finden hoffe ein jedes andere weibstück aber so die büchse mit dem herzen in die hand zu nehmen sicher dreiste soll gehalten sein dieselbe dreimal zu küssen und dreivaterunser zu beten sonst werde der verliebte burgauner ihr die hand lahm machen oder ein knie brechen und dergleichen solche überlieferungen mochten auch bewirkt haben dass die kapsel samt der kette sich so lange an ort und stelle erhalten hatte dem romantischen denkmale gegenüber saß ich in einem dunklen winkel zwischen ausgedienten tabernakeln und und überließ mich den gedanken über die vorstehende trennung die um so trauriger waren als ich in dieser letzten stunde mir sagen mußte bei aller abenteuerlichkeit des erlebten werde das glück schwerlich so weit gehen mir auch noch mit einer eroberung so glänzender art aufzuwarten wie sie mir im sinne lag zu dieser planen einsicht drängte mich die not des entscheidenden augenblicks und hierzu gesellte sich die beschämung über die kindische art in die ich verfallen sofort nach dem glänzenden zu greifen mit solchen gefühlen ringen suchte ich dann die versöhnte neigung die nichts für sich hoffend nur dem geliebten zugetan sein will empor zu arbeiten soweit sie nicht auch wieder eine verkleidete begehrlichkeit war kurz ich brachte dergestalt die zeit in der dämmerung der krypta zu bis ich von der äußeren kirche her ein getribbel leichter schritte und zugleich weibliche stimmen vernahm aufhorchend erkannte ich sie als dorotheas und röschens stimmen die mädchen schienen diesmal nicht zu lachen sondern angelegentlich etwas zu beraten doch bald dauerte ihnen der ernst zu lang denn sie kamen über die paar stufen herunter in die krypa gehuscht und dorothea rief komm röschen wir wollen wieder einmal den verliebten ritter besehen sie stellten sich vor das grabmal und schauten dem steinernen manne neugierig in das dunkle ehrliche gesicht o gott ich fürchte mich flüsterte röschen und wollte entfliehen dortchen aber hielt jene fest und sagte laut warum denn närrchen der tut niemand was zuleid sieh wie es ein guter kerl ist sie nahm das erzene gefäß in die hand und wog es bedächtig in derselben aber plötzlich schüttelte sie es so stark sie konnte auf und nieder daß das getrocknete etwas das seit vierhundert jahren darin verschlossen lag deutlich zu hören war und die kette dazu klang dortchen atmete heftig da ein strahl des tages auf ihr gesicht fiel sah ich wie dasselbe die farbe wechselte und von der rosigen röte in marmorblässe überging höre die klappernus wie sie raschelt rief sie da klappre auch damit sie drückte dem zitternden röschen das gefäß in die hände aber es tat einen schrei und ließ das herd fallen und dortchen fing es mit aller gewandtheit auf und ließ es abermals klappern ich von dessen gegenwart sie keine ahnung hatten schaute ganz erstaunt dem spiele zu wat du teufel dachte ich dich will ich schön erschrecken schnell trocknete ich die nassen augen stieß einen hohen seufzer aus und sprach mit einer traurigen stimme die ich gar nicht sehr zu verstellen brauchte in älterem französisch mit einem doppelschrei flogen die mädchen aus der krippe an der kirche wie besessen dortchen voraus welche mit einem schwungvollen satz über die stufen und die schwelle der kirchentüre hinaussprang schneebleich aber immer noch lachend ihr kleid zusammennahm und über den kirchhof wegeilte bis sie zu ihrer ruhebank kam und sich auf dieselbe warf was ich alles durch eines der fenster beobachten konnte das ich rasch erklettert hatte dortchen deren gesicht fast die farbe ihrer weißen zähne hatte lehnte sich zurück die hände um das knie geschlungen und röschen rief du großer gott es hat gespuckt jawohl es spuckt es spuckt sagte dortchen und lachte wie eine tolle du gottlose fürchtest du dich denn gar nicht klopft dein herz nicht schrecklicher als das tote herz dort geklappert hat mein herz erwiderte dortchen ich sage dir es ist guter dinge was hat es denn gerufen fragte röschen die immerfort beide hände an ihr eigenes herz hielt und abwechselnd prüfte ob sie noch beweglich seien was hat das französische gespenst gesagt fräulein hat es gesagt wenn es euch gefällt so nehmt dieses herz und macht es zu eurem nadelkissen geh wieder hin und sag wir wollen uns bedenken geh 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 sie sprang auf als ob sie die hübsche dienerin wirklich nach der kirche zurückschieben wolle umhalste sie aber unversehens und drückte ihr heftige küsse auf die wangen dann verschwanden beide unter den bäumen eine gute weile später stieg ich aus meinem schlupfinkel hervor um die letzten dinge zu besorgen die noch übrig war ich ging in das parkhaus und stellte die reisefertigkeit vollständig her richtig war der schädel beim packen des kopfers wieder vergessen worden weshalb ich nochmals raum schaffen musste zuletzt war er auch untergebracht und zwar als die einzige habseligkeit von denen die ich einst aus der heimat in die fremde mitgenommen hatte darum war mir auch als ich es recht bedachte die arme scherbe erst jetzt wert lange jahre schon hatte sie in der heimatlichen erde gelegen dann mit mir die kammer geteilt und wenn auch als ein stummes geräte meine vergangenen tage gesehen und so kehrte ich wenigstens nicht ganz von der alten ausstattung entblößt zurück dies verrichtet begab ich mich zum grafen die unterredung mit ihm zu halten die durch die letzten stunden meines hierseins sowieso schon von der pflicht der dankbarkeit gefordert wurde er wollte aber jetzt nichts von solchen verhandlungen wissen sondern bestand darauf mich abermals nach der hauptstadt zu begleiten und zeuge zu sein wie ich es mit meinen bildern anfangen und es mir ergehen würde man müsse verhüten sagte er dass ich nicht schon nach dem ersten anlaufe wieder einen trödler aufsuche das wäre nicht zu befürchten antwortete ich weil ich ja nun reich genug wäre die bilder einstweilen zu behalten und mit nach hause zu bringen wo sie sogar zeugnis über die art wie ich die zeit verbracht ablegen könnten nichts da meinte er in der kunststadt müssen sie ihre wirkung tun sonst habe mein bevorstehender entschluss nicht die rechte grundlage vom grafen hinweg ging ich auf die terrasse wo ich die kurze zeit bis zur stunde der abendlichen zusammenkunft zubringen wollte auf einem tische des dahinführenden gemaches stand eine schüssel mit feineren zuckersachen wie man sie in buntes papier zu wickeln und mit allerlei sind sprüchen oder sogenannten devisen zu begleiten pflegt dorothea hatte die gewohnheit dergleichen naschwerk selber zu wickeln und statt der gewöhnlichen trivialen reimereien gutes in gedichte distichen und liederstrophen einzulegen welche sie aus allen möglichen dichtungen und verschiedenen sprachen zusammensuchte sie ließ ganze sammlungen solcher zierlichkeiten auf bogendrucken die man nach bedürfnis zerschneiden konnte und besaß das talent jeweilig eine so artige auswahl zusammenzubringen daß die gesellschaft am nachtische durch anmutig heitere oder witzige und spritzige vorstellungen oder auch bei des abwechseln nicht selten in angeregte stimmung versetzt wurde auch trieb sie allerhand schwank indem sie oft zwei zeilen aus verschiedenen dichtern zusammenfügte und man glaubte bekanntes zu lesen indessen die neue wendung der entgegengesetzte sinn welchen das unbekannt bekannte ergab die leser in die irre führte einen vorrat dieses so zubereiteten naschwerkes in einem körbchen von silberdraht geordnet das sie beim gebrauche noch mit blumen schmückte hielt sie jederzeit bereit und bot es bei gegebener veranlassung selbst herum mir sagte die spielerei eigentlich nicht sehr zu doch hielt ich sie als verliebter rechtgläubigkeit wo nicht für großartig mindestens für verzeihlich und liebenswürdig wie man ja immer froh ist kleine mängel an geliebten personen zu finden um sie nur ohne verzug verzeihen und sogar mit lieben zu können jetzt war dortchen offenbar beschäftigt ein solches körbchen neu zu füllen und wahrscheinlich von der arbeit unerwartet abberufen worden da ich mich durch den auftritt in der krypta und den bevorstehenden abschied freier fühlte als sonst und mir nichts daraus machte von der zurückkehrenden betroffen zu werden setzte ich mich an den tisch und besah mir was dorothea heute betrieb sie hatte in der tat schon eine gute zahl süßer viereckiger täfelchen in glänzendes papier eingeschlagen und in das körbchen gelegt als ich nachschaute was für eine art von versen und epigrammen sie bereithielt fand ich ein büschel kleiner auf zartes grünes papier gedruckter zettel auf welchen allen dasselbe und einzige gedichtlein zu lesen war hoffnung hintergeht zwar aber nur was wankelmütig hoffnung zeigt sich immer da treu gesinnten herzen gütig hoffnung senket ihren grund in das herz nicht in den mund wo ich das kleine papierbüschel sachte auseinanderschlug es war von einem grünseidenen männchen zusammengehalten überall blickten mir diese einfachen treuherzigen und doch so aufregenden worte entgegen vorsichtig griff ich das eine und andere der bereits fertigen täfelchen aus dem körbchen machte es ein wenig auf und fand in jeder hülle das gleiche grüne liedchen es klang mir wie der tröstende ruf einer wachtel im einsamen feld oder der leis anschwellende und traulich abbrechende halbe gesang einer drostel in der tiefe des waldes da meines wissens heute keine größere gesellschaft da war die einen nachtisch erheischen konnte so mußte die absicht von dortchens diesmaligem einfall einer zukünftigen gelegenheit vorbehalten sein die mir ein geheimnis war plötzlich ließ ich alles liegen und schlüpfte auf die terrasse hinaus wo ich mich auf einen stuhl warf und mit nachdenklichen seufzern die noch übrige zeit verbrachte es dauerte nicht lange so erschien dortchen mit einigen jungen blaßroten rosen die sie ohne zweifel im treibhause geholt und mit einem brennenden handleuchter weil die dämmerung begann zur dunkelheit zu werden sie setzte unbesorgt ihre arbeit fort packte noch ein halbes dutzend zucker und vanillestücke und dergleichen mit den zetteln zusammen und summte dazu mit halber stimme mehrmals die zwei zeilen hoffnung hintergeht zwar aber nur was wankelmütig bis sie mit dem letzten stücke auf den schluß übersprang hoffnung senket ihren grund in das herz nicht in den mund und denselben mit weiß gott welcher melodie und etwas lauter in den tiefsten tönen verklingen ließ deren ihre stimme fähig war dann barg sie rasch den ungebrauchten rest der feinen zettelchen in einer tasche ihres kleides bedeckte das körbchen mit den rosen und eilte mit der ganzen reizenden veranstaltung den leuchter zur hand nehmend aus dem saale und ich hatte dem lieblichen tun durch eines der hohen fenster zugeschaut freilich von den florbehängen desselben halb verhüllt die vergnügliche stimme des kaplans ließ sich hören ich säumte nicht über die terrassenstufen hinunter und ihm entgegenzugehen und betrat in seiner gesellschaft wieder das haus und die räume in welchem die abende zugebracht wurden mit diesem künstlichen umwege verhütete ich das dortchen irgendwie ahnen könne ich wisse das sonderbare geheimnis ihres körbchens als wir nun zu viert am tische saßen verlief die zeit nur allzu schnell denn die eigenliebe erfreute sich an dem wohlwollen welches meine person zum gegenstande der letzten unterhaltung machte und die gewißheit daß ich wirklich zum letzten male dortchens gegenwart genieße verkürzte die stunden um das doppelte der graf meinte er habe sich an meine gesellschaft gewöhnt und wenn es sich nur um ihn handelte so ließe er mich noch lange nicht ziehen der kaplan aber rief nein ich müsse gehen damit ich was er sicher hoffe durch die luftveränderung und in meinem schönen vaterlande die verlorenen ideale wieder finde lachend versetzte ich nach gewissen weissagungen meiner träume werde ich jedenfalls zu neuen ideen kommen und ich erzählte von der kristallenen treppe in deren stufen die ideen in gestalt kleiner frauensleutchen schliefen der kaplan verwunderte sich hierüber und guckte mich immer verdutzter an als ich fort fuhr jene ausgeburten des schlafes in unglücklicher zeit zu schildern denn hiermit bewies ich ihm dass ich im schlafe noch toller das heißt idealischer sein könne nach seinen begriffen als im wachen ich erzählte von der brücke der identität von dem goldregen den ich auf dem fliege dem pferde gemacht und wie ich über das kirchendach heruntergepurzelte und endlich in trübseligkeit vor dem mütterlichen hause gestanden sei nachdem er dasselbe erst wunderbar in die augen geglänzt habe da ich von dem feurigen extra weine welchen wir tranken etwas vor lauter laune geworden schmückte ich diese dinge noch mit manchen zutaten und hirngespinsten aus und endigte zuletzt wie ein märchenerzähler der dem volke seinen blauen dunst vormacht der hatte ein maul wie eine laufende schuld sagte der kaplan in seiner verwirrung über die großartige flunkerei zu dem gröblichen volksausdrucke greifend denn ich schien ihm arg ins handwerk gepfuscht zu haben indem ich ein wirklich erlebtes schilderte das doch ein nichts ein traum war der graf sagte diese beredsamkeit haben wir allerdings bisher an unseren freunden nicht entdecken können ist es aber nun geschehen so hindert mich nichts mir zu denken dass ich sie eines tages zu ernsteren dingen verwendet sehe wir wollen auf unsere allergute zukunft anstoßen er schenkte die gläser voll und wir ließen dieselben zusammenklingen ohne dass ich mich jedoch bemühte über den sinn seiner worte klar zu werden denn ich sah unversehens dorothea mit dem rosengespückten körbchen herankommen auch ich will einen spruch tun sagte sie als sie mir zur seite stand aber ich überlasse die abfassung dem zufall dieses wohlbekannten orakelkorbes nehmen sie sich ein bonbon heraus nur eines aber vorsichtig und bedächtig ich sah erstaunt und fragte zu ihr auf denn ich wusste ja dass in jedem der zierlichen paketchen der gleiche spruch lag welches raten sie mir denn zu nehmen fragte ich mit innerer bewegung allein gleichmütig erwiderte sie ich darf mich nicht hereinmischen wenn das orakel wirken soll soll ich dieses nehmen ich weiß nicht oder dieses ich sage nichts weder ja noch nein so nehm ich dieses und bedanke mich schönstens rief ich indem ich das papierchen öffnete und dortchen das körbchen zurücktrug nun was steht drin rief der kaplan über welche frage ich froh war da ich die verse kaum vernehmbar vorzutragen vermochte ich gab ihm den zettel mit der bitte denselben selbst zu lesen das tat er mit gutem ausdruck ein ganz schöner spruch sagte er damit können sie zufrieden sein er beruht auf einer frommen und getreuen weltanschauung der gleichen nicht mehr allzu häufig ist aber nun gnädigste reichen sie mir das körbchen auch da und lassen sie mich sehen was ich als dableibender erhalten werde ergriff begierig nach dem körbchen sie versetzte aber nächsten sonntag dürfen sie etwas zum dableiben auswählen hochwürden heute bekommt nur der welcher geht damit eilte sie weg und verschloss das körbchen sorgfältig in einem schranke als am nächsten vormittag der graf und ich bereits in dem bequemen reisewagen saßen sagte dortchen die uns beiden schon die hand gegeben und jetzt plötzlich noch einmal zum wagen trat nun ist doch etwas vergessen ihr grünes buch herr heinrich liegt noch in meiner verwahrung soll ich es rasch holen laß nur sagte mein reisegefährte es hält uns zu lange auf wenn er uns wie zu hoffen bald schreibt so können wir ihm das buch wohlbehalten nach senden nicht so ich nickte nur froh aufatmend meine zustimmung damit dem buche ein teil meiner selbst in der unmittelbaren nähe dortchens zu bleiben schien ich will es in sicherem verschluss halten und es soll ihm nichts geschehen sagte sie und winkte mir während wir wegfuhren mit vollem freundlichem blicke zu damals habe ich das schöne wesen dennoch zum letzten mal in meinem leben gesehen ende des dreizehnten kapitels des vierten bandes gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain vierter band vierzehntes kapitel erster teil die rückkehr und ein avi cesar zwei breite goldrahmen im voraus bestellt waren fertig als wir in der stadt ankamen die wir nun zum zweiten male gemeinschaftlich besuchten mein beschützer machte sich sofort daran den einfluss zu benutzen der ihm des titels und auch seiner person wegen in unverfänglichen dingen nicht verkümmert war die bilder hingen deshalb nach wenigen tagen im besten lichte der ausstellungsräume in welche nicht einst so ungeschickt und dunkel aufgetreten sie waren freilich keine meisterwerke aber auch nicht gehaltlos und konnten ebenso wohl einen fortschritt als den stillstand begrenzter fähigkeit in sich bergen das ewige ausruhen von einem einmaligen anlaufe wo der anläufer in sich gegangen ist und am wegbord der goldenen mittelstraße der vielbegangenen sitzen bleibt zu meiner verwunderung hingen auch jene zwei kleinen bilder daneben die von mir dem israelitischen schneider und gemüsehändler um ein kleid überlassen worden der graf hatte sie da von der sache wußte aufgestöbert und aus dritter hand an sich gebracht jetzt waren sie mit zetteln verziert worauf das stattliche wort verkauft geschrieben stand die list des grafen erweckte ein günstiges vorurteil für die ganze kleine sammlung der vier stücke und in dem nächsten kunstbericht einer verbreiteten großen zeitung war ihrer schon in einigen aufmunternden zeilen gedacht wenn auch nicht mit sehr zutreffenden worten kurz nach wenigen tagen meldete sich ein bedeutender kunsthändler welcher die deutschen malerschulen bereiste um ganze bildersammlungen für entlegene hinterländer zu erwerben durch diesen käufer der meine bilder zu bescheidenen preise anzukaufen hoffte würde mein name den zusatz mitglied der xschule erhalten haben eine ehre die ich mir nicht hätte träumen lassen der graf jedoch meinte die bilder müssten an einen liebhaber und nicht an einen handelsmann verkauft werden und er sei einem solchen bereits auf der spur nach abermals einigen tagen aber übergab mir der custos der ausstellung einen für mich aus dem norden angekommenen brief er war von erikson welcher schrieb lieber heinrich ich lese eben in der dortigen zeitung die ich meiner frau wegen halte daß du noch dort bist und vier arbeiten ausgestellt hast zwei kleine und zwei größere wenn du für die einen oder anderen noch keine bestimmung weist so überlasse mir eines der beiden paare und schicke es mir ich zähle darauf den preis setze auf anständigem fuße und nicht zu schüchtern an denn du musst wissen dass es mir gut geht ich habe den stand unseres hauses wieder herstellen können ohne das geld meiner frau zu brauchen und überdies ersparnisse gemacht nämlich zwei bübchen von denen das ältere neulich schon den teufel an die wand gemalt hat und zwar mit kirschmus als er die mama sagen hörte man solle das gerade nicht tun ein nettes kräutchen und ist noch nicht drei jahre alt kann ich die bilder bekommen so schreib recht viel dazu ich entschied mich ohne zaudern für dies freundesangebot das meinen entschluss der kund zur entsagung am leichtesten bestehen ließ denn ein solcher ankauf aus freundschaftlichem wohlwollen war ja noch kein beweis für den wahren künstlerberuf der graf mußte mir beistimmen obgleich ich den verdacht hegte daß es mit seinem verkaufsprojekte nicht viel anders beschaffen sein mochte die bilder wurden an erikson gesandt in meinem briefe den ich wegen zu vollen herzens nicht so ausführlich schrieb wie er wünschte bat ich ihn er möge die kaufsumme mir in die heimat schicken wohin ich abzugehen im begriffe sei so brachte ich also nicht nur eine für meine bisherigen verhältnisse ansehnliche barschaft mit nach hause sondern auch ausstehendes gut haben dessen eingang aus weiter ferne nachdem ich selbst so wohlbehalten angekommen und das erste aufsehen vorüber war von erfreulichster wirkung sein mußte allein als ob das unglückliche träumen von gold und gut im kleinen zur wahrheit werden wollte war es hiermit noch nicht genug nachdem mein neuer aufenthalt den behörden bekannt geworden und eben wieder zu ende gehen sollte erhielt ich eine gerichtliche vorladung um gewisse eröffnungen entgegenzunehmen schon früher hatte ich meinem alten freundlichen trödelmännchen josef schmalhöfer einen besuch abstatten wollen seine dunkle behausung jedoch verschlossen gefunden und erfahren daß der einsame mensch seit vielen wochen tot sei zu meinem großen erstaunen wurde mir jetzt auf der gerichtskanzlei mitgeteilt daß der alte der keine erben hinterließ sei nicht ganz unbeträchtliches vermögen einer wohltätigen stiftung vergabt und meine person in seinem letzten willen mit einem legate von viertausend gulden bedacht habe sofern ich mich nun darüber ausweisen könne daß ich wirklich die von dem legator gemeinte person sei so liege die genannte summe zur auszahlung bereit nachdem alle bisherigen erkundigungen nutzlos geblieben seien es handele sich namentlich um die frage ob ich derjenige wäre der dem verstorbenen eine größere anzahl gewisser handzeichnungen und so weiter verkauft und bei gelegenheit einer fürstlichen vermählungsfeier fahnenstangen angestrichen habe den durchschlagendsten nachweis konnte der graf mit zwei worten leisten soweit es die zeichnungen betraf und für das übrige genügte seine glaubwürdigkeit dem gerichtsbeamten vollkommen als er erklärte der welcher die stecken bemalt könne kein anderer sein als ich also wurden mir vier öffentliche schuldtitel von je tausend gulden ausgegeben der graf verkaufte dieselben und besorgte mir gute wechsel für den betrag so daß ich nun mit vermögensteilen in dreifacher form ausgestattet war mit garbarem gelde mit forderungen und mit wechseln wenn jetzt nur nicht der dicke tell mit seinem pfeil auf das kirchendach kommt sagte ich als wir an der mittagstafel unseres gasthofes saßen wo ich zum überflusse auch noch der gast des grafen war ich muß trachten daß ich fortkomme sonst zerfließt mir das viele unnatürliche glück zuletzt doch noch zu einem traum ich fühlte mich in der tat ordentlich beklemmt und fing an dem glückswandel nicht mehr recht zu trauen was spintisieren sie mir wieder über der kümmerlichkeit sagte der graf bei allem was sie nun besitzen und was ihnen so ungeheuer erscheint ist nicht ein pfennig dessen rechtmäßige quelle sie nicht in sich selbst zu suchen haben und wie können sie von traum und glücksfall reden wo sie gegenüber den paar gulden mit ihren schönen jahren so im verlust sind aber die geschichte mit dem legat ist doch gewiss das reine glücksabenteuer auch dies nicht auch sie hat ihre wurzel nur in ihnen selbst ich habe vergessen ihnen ein beschriebenes papier zu geben das sich in den falten eines der schuldbriefe gefunden hat als ich die werttitel meinem banquier brachte hier ist der zettel den der alte ihnen hinterließ der graf gab mir ein fetzchen papier auf welchem mit der mir bekannten unbehilflichen handschrift des trödlers die zudem von eingetretener körperschwäche noch verschlimmert sein mochte zu lesen war du bist nicht wieder zu mir gekommen mein söhnchen und ich weiß nicht wo du zu finden bist ich möchte aber weil ich fürchte daß der tod mich bei kurzen tagen in meinem kram heinsucht dir etwas erweisen und zuwenden was ich nachher doch nicht mehr brauchen kann leider ich tue es aber weil du alleweile mit dem zufrieden gewesen bist was ich dir für deine malerei gegeben habe und vornehmlich weil du so still und fleißig bei mir gearbeitet hast wenn es in deine hände kommt was ich in langen jahren erspart habe mit geduld und vorsicht und dir jetzt verehren tue so genieße es mit gesundheit und verstand weil ich leider davon abscheiden muss und hiermit behütig gott mein männchen es ist doch gut sagte ich mit neuer verwunderung daß es für alle gebahrungen zweierlei richter gibt was andere mir als leichtsinn wo nicht verkommenheit auslegen würden erhält von dem braven alten einen tugendpreis darum wollen wir auf seine seligkeit anstoßen weil er so gerecht gerichtet hat erwiderte der graf wohlgemut und jetzt wollen wir unsere freundschaft leben lassen und brüderschaft tränken wenn es ihnen recht ist fuhr er fort indem er die gläser von neuem füllte ich stieß an und trank aus sah dabei aber so überrascht und verschüchtert rein daß er es wohl bemerkte als er mir die hand schüttelte denn der unterschied des alters und der lebensverhältnisse hatten mich dergleichen doch nicht erwarten lassen sei nur nicht verdutzt wenn es gilt sich zu duzen sagte er fröhlich ich betrachte es als gewinn mit einem stammesbruder aus anderer staatsform und von jüngerem lebensalter auf du und du zu sein und auch du darfst dich der guten deutschen sitte füglich unterwerfen nach welcher zu zeiten jünglinge männer und kreise welche auf dasselbe ziellos gehen brüderschaft schließen nun aber wollen wir von dir allein reden was gedenkst du zu beginnen in deinem lande ich denke meine unterbrochenen studien am borgesischen fechter wieder aufzunehmen antwortete ich nun aber wollen wir von dir allein reden was gedenkst du zu beginnen in deinem lande ich denke meine unterbrochenen studien am borgesischen fechter wieder aufzunehmen antwortete ich auf seine frage was das heiße erzählte ich kurz wie ich durch die sogenannte figur auf das studium des menschen hinüber geleitet worden sei und nun zwar nicht mehr dessen gestalt sondern dessen lebendiges wesen und zusammensein zum berufe wählen möchte da mir jetzt zeit und mittel durch das glück gegeben seien so hoffe ich auf rasche und zweckmäßige weise noch die nötigen kenntnisse nachzuholen um mich dem öffentlichen dienste widmen zu können so was habe ich mir auch gedacht sagte der gräfliche duzbruder allein wie die dinge einmal stehen würde ich mit besonderen studien keine zeit mehr verlieren zumal ihr ja keine hierarchie mit zwangsfolge habt an deiner stelle würde ich mich ruhig erst ein wenig umsehen und dann nötigenfalls als freiwilliger ein unteres amt übernehmen und schwimmen lernen indem du sofort ins wasser springst machst du es zur regel jeden tag daneben einige stunden staatswissenschaftliche sachen zu lesen und zu überdenken so bist du in wenig zeit ein praktischer und hinlänglich gebildeter amtsmann zugleich und die unterschiede der schulweisheit gleichen sich mit den wachsenden jahren vollständig aus während das hervorzutreten beginnt was den eigentlichen mann ausmacht das gerichtswesen und was daran hängt würde ich freilich den gründlich geschulten juristen überlassen und dahin wirken dass auch die anderen es tun die hauptsache ist dass du später in der gesetzgebung weißt wo sie hingehören und wo ihnen das wort zu geben ist und dass du sie in ehren hältst solange sie das recht lebendig machen und nicht es töten und das volk verderben am wenigsten dulde feige richter im land sondern stürze sie und gib sie der verachtung preis halt grave rief ich da er sich in lauten eifer hineinzureden begann und meine gegenwärtige sache vergaß noch bin ich weder konsul noch tribun gleichviel rief er jetzt noch viel lauter hast du aber gleichzeitig einen feigen und einen ungerechten richter nebeneinander so lass beiden die köpfe abschlagen und dann setze dem ungerechten den kopf des feigen und dem feigen den kopf des ungerechten auf so sollen sie weiter richten so gut sie können erst jetzt schwieg er trank und sagte wieder ungefähr so mein ich's du wirst mich wohl verstehen ich hatte den sonst so ruhigen mann nie so aufgeregt gesehen die bloße vorstellung dass ich unmittelbar in eine republik gehe und mich an deren öffentlichem leben beteiligen werde schien ihm andere verwandte vorstellungen und alte leiden der unzufriedenheit zu erwecken indessen war die stunde des abschieds endlich da und kein grund des aufschubs mehr vorhanden da er meine angelegenheit geordnet und mich reisefertig sah fuhr der graf gleich nach tisch weg um sein gut am gleichen tage noch zu erreichen während ich den bahnhof suchte der nun um diese zeit zum ersten mal eröffnet worden denn einige bruchstücke von eisenstraßen des oberen deutschlands hatten ihren ersten zusammenhang erhalten und ich konnte auf dem neuen wege rascher die schweizer grenze erreichen wenn auch nicht in gerade richtung an dieser veränderung mochte ich die länge meiner abwesenheit bemessen als ich den rhein überschritt und das land betrat war dieses gerade mit dem getöse jener politischen aktionen erfüllt welche mit dem umwandlungsprozesse eines fünfhundertjährigen staatenbundes in einen bundesstaat abschlossen ein organischer prozeß der über seiner energie und mannigfaltigkeit die äußere kleinheit des landes vergessen ließ da an sich nichts klein und nichts groß ist und ein zellenreicher summender und wohlbewaffneter bienenkorb bedeutsamer ist als ein mächtiger sandhaufen beim schönsten frühlingswetter sei ich straßen und wirtshäuser angefüllt und hörte das zornige geschrei über gelungene oder misslungene gewalttat man lebte mitten in der reihe von blutigen oder trockenen umwälzungen wahlbewegungen und verfassungsänderungen die man putsche nannte und schachzüge waren auf dem wunderlichen schachbrette der schweiz wo jedes feld eine kleinere oder größere volkssouveränität war die eine mitvertretung und die andere demokratisch diese mit jene ohne veto diese von städtischem wesen jene von ländlichem und wieder eine andere mit theokratischem öle versalbt das sie nicht aus den augen sehen konnte sogleich übergab ich mein gepäck der postanstalt und beschloss den rest der reise zu fuß zurückzulegen um unverweilt eine vorläufige kenntnis der zustände aus eigener anschauung zu erwerben denn gerade auf meinem wege rauchte und schwelte es an mehreren orten und doch lag überall das land im himmelblauen duft aus welchem der silberschein der gebirgszüge und der seen und ströme funkelte und die sonne spielte auf dem jungen betauten grün ich sah die reichen formen der heimat in ebenen und gewässern ruhig und waagrecht im gebirge steil und kühn gezackt zu füßen blühende erde und in der nähe des himmels eine fabelhafte wüste alles unaufhörlich wechselnd und überall die zahlreich bewohnten tal und wahlschaften bergend mit der gedankenlosigkeit der jugend und des kindlichen alters hielt ich die schönheit des landes für ein historisch politisches verdienst gewissermaßen für eine patriotische tat des volkes und gleichbedeutend mit der freiheit selbst und rüstig schritt ich durch katholische und reformierte gebietsteile durch aufgeweckte und eigensinnig verdunkelte und wie ich mir so das ganze große sieb voll verfassungen konfessionen parteien souveränitäten und bürgerschaften dachte durch welches die endlich sichere und klare rechtsmehrheit gesiebt werden musste die zugleich die mehrheit der kraft des gemütes und des geistes war der fortzuleben fähig ist da wandelte mich die begeisterte lust an mich als einzelner mann und widerspiegelnden teil des ganzen zum kampfe zu gesellen und mitten in demselben mich mit regenkräften fertig zu schmieden zum tüchtigen und lebendigen einzelmann der mitratet und tatet und rüstig darauf aus ist das edle wild der mehrheit erjagen zu helfen von der er selbst ein teil die ihm aber deswegen nicht teurer ist als die minderheit die er besiegt weil diese hinwieder mit der mehrheit vom gleichen fleisch und blut ist aber die mehrheit rief ich vor mir her ist die einzige wirkliche und notwendige macht im lande so greifbar und fühlbar wie die körperliche natur an die wir gefesselt sind sie ist der einzig untrügliche halt immer jung und immer gleich mächtig daher gilt es sie unvermerkt vernünftig und klar zu machen wo sie es nicht ist dies ist das höchste und schönste ziel weil sie notwendig und unausweichlich ist so kehren sich die verkehrten köpfe aller extreme gegen sie indessen sie stets abschließt und selbst den unterliegenden beruhigt während ihr ewig jugendlicher reiz ihn zu neuem ringen mit ihr lockt und so sein eigenes geistiges leben erhält und nährt sie ist immer liebenswürdig und wünschbar und selbst wenn sie irrt hilft die gemeine verantwortlichkeit den schaden zu ertragen wenn sie den irrtum erkennt so ist das erwachen aus demselbenen frischer maimorgen und gleicht dem anmutigsten was es gibt sie lässt es sich nicht einfallen sich stark zu schämen ja die allgemein verbreitete heiterkeit lässt den begangenen fehltritt kaum ungeschehen wünschen da er ihre erfahrung bereichert die lust der besserung hervorgerufen hat und auf das schwindende dunkel das licht erst recht hell erscheinen lässt sie ist die reizende aufgabe an welcher sich ihr einzelner messen kann und dem er dies tut wird er erst zum ganzen mann und es tritt eine wundersame wechselwirkung ein zwischen dem ganzen und seinem lebendigen teile mit großen augen beschaut sich erst die menge den einzelnen der ihr etwas vorsagen will und dieser mutig ausharrend kehrt sein bestes wesen daran um zu siegen er denke aber nicht ihr meister zu sein denn vor ihm sind andere dagewesen nach ihm werden andere kommen und jeder wurde von der menge geboren er ist ein teil von ihr welchen sie sich gegenüberstellt um mit ihm ihrem kind und eigentum ein selbstgespräch zu führen jede wahre volksrede ist nur ein monolog den das volk selber hält glücklich aber wer in seinem lande ein spiegel seines volkes sein kann der nichts widerspiegelt als das volk während dieses selbst nur ein kleiner spiegel der weiten lebendigen welt ist und sein soll dergestalt redete ich mich in eine hohe begeisterung hinein je blauer der himmel glänzte und je näher ich der vaterstadt kam freilich ahnte ich nicht daß zeit und erfahrung die idyllische schilderung der politischen mehrheiten nicht ungetrübt lassen würden noch weniger merkte ich daß ich im gleichen augenblicke wo ich mich selbsttätig zu verhalten gedachte auch schon die lehren der geschichte vergaß noch bevor ich nur den ersten schritt getan dass große mehrheiten von einem einzigen menschen vergiftet und verdorben werden können und zum danke dafür wieder ehrliche einzelneute vergiften und verderben dass eine mehrheit die einmal angelogen fortfahren kann angelogen werden zu wollen und immer neue lügner auf den schild hebt als wäre sie nur ein einziger bewusster und entschlossener bösewicht daß endlich auch das erwachen des bürgers und bauersmannes aus einem mehrheitsirrtum durch den er sich selbst beraubt hat nicht so rosig ist wenn er in seinem schaden dasteht das alles bedachte und kannte ich nicht aber auch mit diesem schatten wäre ja das unausweichliche und notwendige der mehrheit ohne deren zustimmung der mächtigste selbstherrscherin rauch aufgeht und ihre reine größe wenn sie unverderbt ist stark genug gewesen meine vorsätze zu tragen und den durfst nach der neuen lebensluft nicht verlöschen zu lassen so griffen denn meine schritte immer quecker und unternehmungslustiger aus bis ich plötzlich das pflaster der stadt unter den füßen fühlte und ich doch mit klopfendem herzen ausschließlich er der mutter gedachte die darin lebte ende des ersten teils des vierzehnten kapitels im vierten bande gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist im public domain vierter band ende des vierzehnten kapitel die rückkehr und ein avc sah meine sachen mußten inzwischen auf der post angekommen sein ich lenkte die schritte zuerst dahin um sogleich eine schachtel an hand zu nehmen die meine bescheidenen reisegrüße für sie enthielt nämlich den stoff für ein feineres kleid welches zu tragen ich sie zu überreden hoffte und einen vorrat ausländischen gebäckes das würzig und haltbar ihr einen guten mund machen sollte diese schachteln an der hand ging ich noch am lichten nachmittag durch unsere alte straße sie erschien mir belebter als vor jahren auch sah ich dass manche neue verkaufsmagazine errichtet und alte rusige werkstätten verschwunden mehrere häuser umgebaut und andere wenigstens frisch verputzt waren nur das unsrige ehemals eines der saubersten sah schwarz und räucherig aus als ich mich näherte und an die fenster unserer stube sie standen offen und waren mit blumentöpfen besetzt aber fremde kindergesichter schauten heraus und verschwanden wieder niemand bemerkte oder kannte mich als ich eben in die bekannte türe treten wollte ein mann ausgenommen der mit einem zollstab und bleistift in der hand über die gasse geeilt kam es war der handwerksmeister der mich einst auf seiner hochzeitsreise besucht hatte seit wann sind sie da oder kommen sie eben rief er eilig mir die hand reichend diesen augenblick komme ich sagte ich und er antwortete und bat mich schnell eine minute bei ihm drüben einzutreten ehe ich hinaufginge ich tat es mit ängstlicher spannung und fand mich in einem schönen verkaufsladen in dessen hintergrund die junge frau am schreibpulte saß sofort kam auch sie mir entgegen und sagte um gottes willen warum kommen sie so spät erschreckt stand ich da ohne noch erraten zu können was es sein möchte das die leute so erregte der nachbar aber säumte nicht mich aufzuklären ihre gute mutter ist erkrankt so schwer daß es vielleicht nicht ratsam ist wenn sie unangekündigt und plötzlich bei ihr erscheinen seit heute früh haben wir nichts gehört nun aber ist am besten meine frau geht schnell hinüber und sieht nach wie es steht sie warten indessen hier ohne an eine so traurige wendung glauben zu wollen und doch bekümmert ließ ich mich wortlos auf einen stuhl sinken die schachtel auf den knien die frau lief über die gasse und verschwand in der türe die mir wie einem fremden noch verschlossen sein sollte die augen voll tränen kehrte die nachbarin zurück und sagte mit verschleierter stimme kommen sie schnell ich fürchte sie macht es nicht mehr lang ein geistlicher ist dort die arme frau scheint nicht mehr bei bewusstsein sie eilte wieder vor mir her um hilfreich bei der hand zu sein denn es nottat und ich folgte mit zitternden knien die nachbarin ochlom rasch und leicht die treppen auf den verschiedenen stockwerken standen feierlich leute unter ihren türen leise sprechend wie in einem sterbehause auch vor unserer wohnung standen solche die ich nicht kannte meine führerin im alten vaterhause eilte auch an diesen vorüber und ich folgte ihr bis auf den dachboden wo ich unsern hausrat dicht aufeinander stehen sah und die mutter in einem kämmerchen wohnte leise öffnete die nachbarin dessen tür da lag die arme auf dem sterbebett die arme über die decke hingestreckt das todesbleiche gesicht weder rechts noch links wendend und langsam atmend in den ausgeprägten zügen schien ein tiefer kummer auszuleben und der ruhe der ergebung oder der ohnmacht platz zu machen vor dem bette saß der diakon der kirchgemeinde und las ein sterbegebet ich war geräuschlos eingetreten und hielt mich still bis er geendet die nachbarin trat als er das buch sachte zuschlug die nachbarin flüsterte ihm dann das bett der sohn sei ein tüchlein und trocknete sanft die feuchte stirren zufalle kann ich mich zurückziehen sagte er sah mich einen augenblick aufmerksam an grüßte und begab sich hinweg dann während ich immer noch wie ein vor ein gericht gerufener dastand den hut in der hand die schachtel zu füßen neigte sie sich nieder und sagte ihr mit zarter stimme welche die leitende unmöglich erschrecken konnte frau lee der heinrich ist da obgleich diese worte bei aller weichheit so vernehmlich gesprochen waren dass auch die vor der offenen türe versammelten weiber sie hörten gab sie doch kein anderes zeichen als dass sie die augen leise nach der sprechenden hinwendete indessen benahm mir außer der trauer auch die dumpfe dämmerige luft des kämmerchens den atem denn der unverstand der wärterin die in einem winkel hockte hielt nicht nur das kleine fenster verschlossen sondern auch die grüne gardine davor und ich mußte daran erkennen daß heute noch kein arzt dagewesen sei unwillkürlich schlug ich die gardine zurück und öffnete das fenster die reine frühlingsluft und das mit ihr einströmende licht bewegten das erstarrende ernste gesicht mit einem schimmer von leben auf der höhe der hageren wangen zitterte leicht die haut sie regte energisch die augen und richtete einen langen fragenden blick auf mich als ich mich ihre hände ergreifend zu ihr niederbeugte das wort aber das ihre ebenfalls zitternden lippen bewegte brachte sie nicht mehr hervor die nachbarin nahm die wärterin mit sich hinaus drückte leise die türe zu und ich fiel an dem bette nieder mit dem rufe mutter mutter und legte den kopf weinend auf die decke ein röchelndes stärkeres atmen hieß mich wieder emporschnellen und ich sah die treuen augen gebrochen ich nahm den leblosen kopf in die hände und hielt dies haupt vielleicht zum ersten mal in meinem leben so in der hand wenigstens soweit ich mich entsinnen konnte allein es war für immer vorbei es fiel mir ein dass ich hier wohl die augen zudrücken sollte dass ich ja dafür da sei und sie es vielleicht noch fühlen würde wenn ich es unterließe und da ich neu und ungeübt in diesem bitteren geschäfte war so tat ich es mit zager scheuer hand die frauen traten nach einer weile herein und als sie sahen dass die mutter verschieden war erboten sie sich das nötige zu tun und die leiche für den sarg einzukleiden da ich einmal da war verlangten sie von mir die anweisung eines toten gewandes ich öffnete einen der auf dem dachboden stehenden schränke der voll guter kleider hing die seit jahren geschont und gespart und nicht nach der mode geschnitten waren die wärterin aber sagte es müsse ein totenkleid vorhanden sein von welchem die selige gesprochen und wirklich fand man dasselbe in ein weißes tuch eingeschlagen im fuße des schrankes liegen zu welcher zeit sie es anfertigen ließ war mir unbekannt die frauen sprachen auch davon wie wenig mühe die tote während ihrer krankheit verursacht wie still und geduldig sie gelegen und fast nie etwas verlangt habe ende des vierzehnten kapitels des vierten bandes gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain vierter band fünfzehntes kapitel der lauf der welt während die frauen nun bett und leiche in den erforderlichen stand brachten folgte ich der einladung der nachbarin in ihr haus hinüber zu gehen und dort auszuruhen der nachbar suchte vorsichtig er im gespräche weiter ging meine glücksumstände und erlebnisse zu erfahren ich verhehlte ihm nicht dass ich zurzeit seiner anwesenheit in jener stadt übel dran gewesen ließ ihn dann aber die bessere wendung der dinge wissen erzählte ihm alles den liebeshandel ausgenommen und gleichsam als eine art rechtfertigung zeigte ich ihm unter tränen die geldwerte die ich bei mir führte ich schob geld und papiere weg und stützte den kopf wieder weinend auf den tisch des fremden mannes betroffen und schweigend saß er da und erst als ich mich etwas beruhigt zeigte er eine gewisse entrüstung über den unglücklichen lauf der dinge und konnte sich nicht enthalten mich damit bekannt zu machen nachdem die mutter schon längere zeit auf meine heimkehr oder wenigstens auf nachrichten geharrt und schon etwas gekränkelt hatte erhielt sie eines tages die aufforderung vor der polizei behörde zu erscheinen es war wie wir jetzt annehmen mussten die nachforschung des deutschen gerichtes nach meiner person wegen des legates des josef schmalhöfer sei nun die plumpe versäumnis die ursache dieser nachforschung anzuzeigen schon von jener gerichtsstelle aus begangen worden oder nicht genug als meine mutter nach meinem aufenthalte befragt denselben nicht nennen konnte erschrocken dastand und zitternd fragte um was es sich handle wurde ihr geantwortet man wisse es nicht es sei einfach eine vorladung für mich vor dem gerichte zu erscheinen ich werde wahrscheinlich vor schulden oder etwas ähnlichem geflohen sein diese auslegung sprach sich auch weiter herum und die arme frau wurde durch allerlei anspielungen in der meinung bestärkt dass sich verschuldet und im mangel in der welt umher irre nicht lange darauf als sie die zinsen für das auf das haus entlehnte kapital die sie kümmerlich zusammengehalten abtrug wurde ihr das letztere gekündigt und nun musste sie mitten in ihren kummervollen sorgen um ein neues anleihen ausgehen es gelang ihr aber nicht das geld zu finden denn es bestand eben die absicht sie vom hause zu bringen es steckten gewinnlustige hinter der sache unter denen der inzwischen etwas emporgekommene immer noch im hause wohnende spenglermeister mitwirkte in der hoffnung selber den sitz zu erwerben auch hier war endlich der ausbau einer schienenstraße in aussicht getreten der bahnhof musste unfern unserer gasse zu liegen kommen und es begann der wert der grundstücke beinahe täglich zu steigen ohne dass die mutter in ihrer abgeschiedenheit von diesen dingen wusste die doppelte und dreifache sorge hat unzweifelhaft ihr leben verkürzt denn der zahlungstermin rückte mit jeder woche näher hätte ich eine ahnung von der sache gehabt sagte der lachbar so hätte ich leicht raten können allein die verschwiegenheit ihrer mutter erleichterte das bestreben der spekulanten den handel geheim zu halten und erst seit ein paar tagen hörte ich zufällig davon seit die herren der beute sicher zu sein glaubten jetzt wo sie da sind genügt weniger als der zehnte teil dessen was da vor ihnen liegt die schuld abzutragen und das haus wieder frei zu machen das ja sonst unbedeutend belastet ist soviel ich weiß und ihnen jetzt schon einen schönen gewinn erwerfen würde wenn sie es verkaufen wollten denn obgleich das haus alt und unansehnlich aussieht so ist es dennoch fest gebaut und enthält viel unbenützten raum der mit leichtigkeit wohnbar zu machen ist und nun hat es so kommen müssen der gedanke daß ein unglücklicher zufall und die arglist gewinnsüchtiger die hand im spiele gehabt erleichterte keineswegs die last welche jählings auf mein gewissen fiel mit einem gewichte gegen welches der druck von dorotheas eisernem bilde leicht wie eine flaumfeder schien oder auch umgekehrt ich möchte sagen daß die schwere in ein gefühl der leerheit überging wie der höchste kälte grad einem brennen gleicht es war fast wie wenn meine eigene person aus mir wegzöge die aufforderung der freundlichen nachbars leute das nachtlager bei ihnen zu nehmen lehnte ich ab weil es mir unmöglich schien die mutter allein zu lassen ich ging mit der anbrechenden abendämmerung in unser haus zurück jetzt stand auch der schwärzliche spenglermeister unter seiner stubentüre ich grüßte ihn und er lud mich mit forschendem blicke ein bei ihm anzukehren was ich ausschlug indem ich nur um ein licht bat mit einem solchen versehen stieg ich wieder unter das dach hinauf trat in das kämmerchen und zündete das alte messinglämpchen an bei dessen scheinen ich sie die jahrzehnte hindurch in den langen winterabenden hatte sitzen sehen das lämpchen war vernachlässigt und nicht mehr blank jedoch mit öl gefüllt da lag sie nun in ihrem frieden und ich der ich so gedankenlos gezögert zu ihr zu kommen fand jetzt nur noch einigen trost an ihrer stillen gegenwart an deren aufhören ich nicht denken durfte ich machte mir mit meiner unglücklichen schachtel zu schaffen öffnete dieselbe und zog den feinen wollenstoff hervor den ich zu einem kleide bestimmt hatte im begriff das stück auseinander zu falten und es als leicht schützende decke über das bett und die leiche zu legen um es ihr nur irgendwie noch nahe zu bringen fiel mir doch die nutzlosigkeit einer so gezierten handlungen so ernster stunde auf die seele ich wickelte das zeug zusammen und verbarg es wieder in der schachtel obschon ich von der mehrtägigen fußreise ermüdet war brachte ich nun die nacht aufrecht auf dem strohsesselchen am fenster zu und schlief dennoch zeitweise wobei allerdings das erwachen jedesmal zwiefach schmerzlich war wenn ich mich aufs neue der gegenwart der stillen mutter versicherte am andern tage kam der bote eines begräbnisvereines den der vater noch hatte gründen helfen und traf alle anordnungen ich brauchte keinen schritt zu tun auch die kosten waren schon lange gedeckt durch die pünktlichen beiträge der mutter es wurde nachträglich sogar noch eine kleine rückzahlung angeboten so war sie auch in dieser hinsicht ohne jegliche beschwernis für andere aus der welt gegangen als ich die betreffenden papiere in ihrem nachlasse suchte musste ich überhaupt schrank und schreibtisch öffnen und fand manche heimlichkeiten die ich noch nie gesehen in einem mit zinn verzierten hölzernen kästchen lagen vergilbte putzsachen ihrer jugendzeit wie künstliche blumen und paar weiße atlasschuhe bänder zusammengepresst und kaum oder nie gebraucht dabei einige alt vergoldete almanache wahrscheinlich längst verjährte geschenke und was mich am meisten überraschte ein buch mit einer kleinen sammlung abgeschriebener gedichte oder lieder die ihr als mädchen mochten gefallen haben zwischen den blättern lag ein zusammengefaltetes loses blatt ebenfalls von ihrer damaligen handschrift worauf zu lesen war verlorenes recht verlorenes glück recht im glücke goldnes los land und leute machst du groß glück im rechte fröhlich blut wer dich hat der treibt es gut recht im unglück herrlich schaun wie das meer im wetter graun göttlich krolz am klippenrand perlen wirft es auf den sand einen seemann grau von jahren sah ich auf den wassern fahren war wie ein medusenschild der erstarrten unruhbild und er sang fehltausendmal glitt ich in das wellental fuhr ich auf zur wogenhöhe ruht ich auf der stillen see und die woge war mein knecht denn mein kleinod war das recht gestern noch mit ihm ich schlief ach nun liegt's da unten tief in der dunklen tiefe fern schimmert ein gefallner stern und schon ist's wie tausend jahr daß das recht einst meines war wenn die see nun wieder tobt niemand mehr den meister lobt hab ich glück verdien ich's nicht glück wie unglück mich zerbricht welch ein gefallen war es gewesen daß ein so junges mädchen einstmals dies seltsame gedicht hatte abschreiben und aufbewahren lassen ich fand noch andere schriftliche überbleibsel und zwar aus den letzten jahren wo nicht aus letzter zeit in einem mäppchen das einen geringen vorrat von briefpapier enthielt lag ein blatt das offenbar zu einem briefe als fortsetzung gehörte in dem die schrift ganz oben in der linken ecke anfing das fragment aber lautete wenn es nun gott wirklich geschehen lässt dass mein sohn unglücklich werden und ein irrendes leben führen sollte so tritt die frage an mich heran ob nicht mich seine mutter die verschuldung trifft insofern ich es in meiner unwissenheit an einer festen erziehung habe mangeln lassen und das kind einer zu schrankenlosen freiheit und willkür anheim gestellt habe hätte ich nicht suchen sollen das unter mitwirkung erfahrener einiger zwang angewendet und der sohn einem sicheren erwerbsberufe zugewendet wurde statt ihn der die welt nicht kannte unberechtigten liebhabereien zu überlassen die nur geldfressend und ziellos sind wenn ich sehe wie wohlgestellte väter ihre söhne zwingen oft schon vor dem zwanzigsten jahr ihr brot zu verdienen und wie das solchen söhnen nur zu nützen scheint so fällt der traurige altbekannte selbstvorwurf mir doppelt schwer und ich hätte in meiner arglosigkeit nie gedacht dass eine solche erfahrung jemals heimsuchen könnte freilich habe ich seinerzeit um rat gefragt als man aber den wünschen des kindes nicht zustimmte hörte ich auf zu fragen und ließ es gewähren damit habe ich mich über meinen stand erhoben und indem ich mir einbildete ein genie in die welt gesetzt zu haben die bescheidenheit verletzt und das kind geschädigt dass es sich vielleicht niemals erholen wird wo soll ich nun hilfe suchen hier brach die schrift ab denn vom nächsten worte stand nur noch der anfangs buchstabe an wen der brief gerichtet war ob er mit oder ohne obiges bruchstück oder gar nicht abgegangen wußte ich nicht und eine antwort fand sich unter den aufbewahrten briefschaften nicht vor wahrscheinlich hatte sie die sache doch unterdrückt dagegen verschmolz sich nun die in dem gedichte von dem verlorenen glücke aufgeworfene wunderliche rechtsfrage mit derjenigen des brieffragmentes und fiel mir zu lasten als dem einzigen haftbaren inhaber der schuld so war nun der spiegel welcher das volksleben widerspiegeln sollte zerschlagen und der einzelnen mann der an der volksmehrheit so hoffnungsreich mitwachsen wollte rechtlos geworden denn da ich die unmittelbare lebensquelle die mich mit dem volke verbannt vernichtet hatte so besaß ich kein recht unter diesem volk mitwirken zu wollen nach dem worte wer die welt will verbessern helfen kehre erst vor seiner türe nachdem das grab der ärmsten sich geschlossen bewohnte ich einige zeit das stübchen worin sie gestorben dann verkaufte ich mit dem rate des nachbars das haus und gewann in der tat mehrere tausende an dem handel so dass ich nun mit dem was ich hergebracht und dem gewinne zusammen ein kleines vermögen besaß aus welchem ich bescheiden und zurückgezogen leben konnte das zufällige wesen aber das dem winzigen reichtum anhaftete ließ mich seiner nicht froh werden noch weniger ein müßiges leben darauf bauen und da überdies der mensch nicht nur von dem leiblichen sondern auch von dem moralischen selbsterhaltungstriebe beseelt ist so nahm ich doch einige studien vor wie der graf sie mir angeraten nicht um mich hervorzutun sondern lediglich soviel nötig war mich für die verwaltung eines anspruchs losen und stillen amtes vorzubereiten und die ordnung in welche es eingebaut war einigermaßen zu übersehen im übrigen las ich teils schwerere teils schönere sachen allgemeiner natur um meinen befangenen und bedrängten gedanken einige freiheit und zerstreuung zu verschaffen denn während das reuleid wegen der mutter allmählich zu einem düsteren aber gleichmäßig ruhigen hintergrunde von freudlosigkeit wurde begann sich das bild der dorothea wieder lebendiger zu regen ohne licht in das dunkel zu bringen ich trug den sprung von der hoffnung auf das grüne papier gedruckt noch immer in meinem brief und schreibtäschchen auf der brust und las ihn zuweilen mit ungläubigem seufzen und kopfschütteln den glücksfall vorausgesetzt den die schlichten worte zu verkünden schienen war ich doch in der lage ihn fürchten zu müssen und fast in der stimmung eines prahlers der in der ferne eine glänzende schöne an sich gezogen hat welcher er die schlechte hütte nicht zeigen darf darin erwohnt sogar zum bloßen freundlichen verkehr in die weite schien ich mir jetzt nicht fähig da ich die wahrheit meines zustandes zu gestehen mich scheute und doch auch nicht lügen mochte die zeit zu scherzhaften flunkereien und phantasiespielen auch im harmlosen sinne des wortes war für einmal vorbei es vergingen wohl zehn monate bis ich über mich vermochte an den grafen zu schreiben ohne unwahr zu sein oder allzu elend zu erscheinen er vergalt mir die saumseligkeit nicht mit gleicher münze vielmehr erhielt ich bald einen längeren brief von ihm in welchem er meine lage so weiter sie begriff mit guten worten besprach und als den lauf der welt darstellte wie er durch paläste und hütten gehe gerechte und ungerechte heimsuche und seiner natur gemäß unablässig sich verändere was unser dortchen betrifft fuhr er fort so erfährt sie und wir andere mit ihr in gehäuftem maße auch ihr teil seit du weg bist hat sich das abenteuer begeben dass sie meine blutsverwandte nichte und nichts anderes geworden ist ich kann dir den hergang nicht des weiteren auseinandersetzen nur mit ein paar strichen andeuten von der bald nach dem tode meines in den südamerikanischen händeln umgekommenen bruders ebenfalls verstorbenen witwe ist durch letzten willen verordnet worden es solle das kind durch zuverlässige leute seinen deutschen verwandten zugesandt werden diese leute aber sind untreu gewesen um gewisse vermögensteile die man unvorsichtigerweise ihnen zugleich mitgegeben hat übrigens unbedeutende summen behalten zu können haben sie mir das kind auf dem weg der aussetzung in die hände gespielt sie haben sich richtig bei jenen auswanderern nach südrußland befunden oder sich ihnen vielmehr auf dem wege in der donaugegend angeschlossen und die sache sehr schlau angestellt da aus amerika nie mehr eine nachfrage anlangte so weniger als früher ein bericht von der absendung des kindes und dem tode der mutter so hat alles so geschehen können erst neuerlich weil das altgewordene sünderpaar vom gewissen wahrscheinlich auch von dem gelüste nach einer gnadenbelohnung geplagt wurde haben sich die leutchen mit allen in solchen wiederfindungsgeschichten üblichen wohlaufgehobenen beweisen gemeldet und wir haben also eine gräfin mehr im deutschen vaterlande wie lange es dauert bis sie zum gegenstand eines oder mehrerer romane gemacht wird steht dahin ich habe sie auch auf einige volksschauspiele und melodramen vorbereitet allein sie hört nicht darauf daß sie bereits die ausarbeitung des zweiten teils des romans begonnen hat vor vier wochen hat sich die gräfin dorothea wehberg eigentlich heißt sie von haus aus isabel mit einem jungen freiherrn theodor von wehberg verlobt das ist nämlich ein hübscher und wackerer gesell aus einer linie der so benamsten leute welche die unsrige seit jahrhunderten nichts mehr angeht man wird ihm den grafen titel verschaffen und ich werde gestatten daß das majorat auf ihn übergeht denn ich habe ebenso wenig grund das fortbestehen des namens zu hindern als dasselbe zu wünschen wie die dinge stehen ist es mir absolut gleichgültig wenn ich etwa von dem vergnügen absehe das ich dem kinde mache indem ich seinem bräutigam gefällig bin nun kommt aber noch eine betrachtung die uns beide angeht lieber freund heinrich ich habe gut gesehen daß du dich in dortchen verliebt hast ich habe getan als sähe ich es nicht weil ich mich in dergleichen nicht mische wo die leute sich selbst helfen können und wissen was sie zu tun haben besonders die langhaarige nation ist so unberechenbar dass es nicht lohnend ist sich ohne not mit gutem rate bloß zu stellen auch du bist dem kinde nicht gleichgültig gewesen und auch jetzt noch gut angeschrieben und es stellt sich die sache ungefähr so hättest du was du als ein maßhaltender mensch nicht getan hast während deines hierseins die zeit und deinen vorteil wahrgenommen oder hättest du bald nach der ankunft in deinem vaterlande von dir hören lassen so wäre glaube ich dorothea bis zur stunde die deinige geblieben nachdem du aber eine so rätselhafte zeit hast verstreichen lassen ist sie über die kluft weggesprungen als der entschlossene freier erschien der sie zugleichen so glücklicherweise wieder in die weltliche ordnung einreiht aber auch von diesem begreiflichen abgesehen müssen wir die unbeständigkeit des kindes sobald eine solche vorhanden ist nicht hart beurteilen die guten weiblein sind so auf sich selbst angewiesen und müssen im grunde die suppe die sie sich einbrocken oft so ganz allein ausessen mit allerlei leiden und schmerzen ihre blüten zeit geht so rasch vorbei dass sie so lang kein entscheidendes wort gefallen ist auf ein warten das sich einstellen zu wollen scheint nicht gut zu sprechen sind und sich jeden entschluss im stillen vorbehalten wenn sie hoffnung gegeben haben und nicht rechtzeitig dabei behaftet werden so gehen sie zur tagesordnung über denn sie wollen ihre kinder als junge weiber und nicht als halbe matronen haben und erziehen gerade die schönsten und gesundesten eilen ihre berufe energisch entgegen und verschmähen dann häufig die heirat wenn sie den besten augenblick verfehlt haben meine eigene ehe galt für eine art unikum und die leute sagten es müsse so sein weil zwei unika sich geheiratet haben so weit das sich auf meine person bezog war es natürlich der spott über meine abtrünnigkeit von den vorurteilen auf die frau aber war das wort in seinem besten sinne gut angewendet und dennoch hatte es an einem haar gehangen dass sie nicht ein anderer heim geführt das ist eben auch ein stück weltlauf es bedurfte dieser traulichen vertröstung des älteren freundes nicht die geister der leidenschaft in mir zu bannen die bloße tatsache dass dorothea verlobt war und isabel gräfin zu wehberg hieß vergegenwärtigte mir den zustand in welchen ich sie gebracht hätte selbst wenn sie das findelkind geblieben ich weniger zurückhaltend gewesen und eine verbindung zwischen uns erfolgt wäre es kam mir vor wie wenn man einen großen sommervogel in einen kleinen grillenkäfig hätte setzen wollen die geheime sorge einer solchen beschämung durch die schönste glückserfüllung ausgesetzt zu werden fiel mir wie ein stein vom herzen und in diesem blieb nur die stille sehnsucht nach der verlorenen einträchtig neben der trauer um die mutter wohnen freilich kam mir dieser weltlauf etwas teuer zu stehen denn der umweg über das grafenschloss hatte nicht nur die mutter sondern auch den glauben an ihr wiedersehen und an den lieben gott selbst gekostet alles dinge indessen deren wert nicht aus der welt fällt und immer wieder zum vorschein kommt ende des fünfzehnten kapitels des vierten bandes gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain vierter band sechzehntes und letztes kapitel der tischgottes etwa ein jahr später besorgte ich die kanzlei eines kleinen oberamtes welches an dasjenige grenzte worin das alte heimatdorf lag hier konnte ich bei bescheidener und doch mannigfacher wirksamkeit in der stille leben und befand mich in einer mittelschicht zwischen dem gemeindewesen und der staatsverwaltung so daß ich den einblick nach unten und oben gewann und lernte wohin die dinge gingen und woher sie kamen allein sie vermochten die schatten nicht aufzuhellen die meine ausgeplünderte seele erfüllten und weil alles was ich wahrnahm durch die düsternis gefärbt wurde so erschienen mir auch die menschlichkeiten denen ich auf dem neuen gebiete begegnete dunkler als sie an sich waren wenn ich sah daß auch hier die neigung zum nachlassen und zur pflichtvergessenheit zum vorschein kam oder jeder die wässerlein auf seine mühle zu leiten suchte das neid und eifersucht auch in den kleinsten amtsverhältnissen stören sich einnisten so war ich geneigt das übel dem charakter des ganzen volkes und gemeinwesens zuzuschreiben das in der erinnerung und aus der entfernung mich so täuschend angelockt habe wenn ich aber meines belasteten bewusstseins gedachte so schwieg ich anstatt bei guter gelegenheit meine meinung offen her zu sagen ich begnügte mich meine obliegenheiten so regelmäßig und geräuschlos als möglich zu erfüllen um die zeit zu verbringen ohne unruhe aber auch ohne hoffnung eines frischeren lebens das hielten nun die leute für das muster einer ordentlichen amtsführung und da sie besser und wohlwollender waren als ich dachte so machten sie mich nach ein paar weiteren jahren ohne mein zutun und gegen meinen wunsch zum vorsteher des amtskreises in dieser stellung konnte ich nicht umhin mehr unter die leute zu gehen und an zusammenkünften verschiedener art teilzunehmen immer als der ziemlich melancholische und einsilbige amtsmann der ich war jetzt lernte ich da ich die politische bewegung im großen und mehr in der nähe sah ein übel kennen das mir wirklich neu obgleich es zum glücke nicht gerade herrschend war ich sah wie es in meiner geliebten republik menschen gab die dieses wort zu einer hohlen phrase machten und damit umherzogen wie die dirnen die zum jahrmarkt gehen etwa ein leeres körbchen am arme tragen andere betrachteten die begriffe republik freiheit und vaterland als drei ziegen die sie unablässig melkten um aus der milch allerlei kleine ziegenkäslein zu machen während sie scheinheilig die worte gebrauchten genau wie die pharisäer und tartüffe andere wiederum als knechte ihrer eigenen leidenschaften witterten überall nichts als knechtschaft und verrat gleich einem armen hunde dem man die nase mit quarkkäse verstrichen hat und der deshalb die ganze welt für einen solchen hält auch dies knechtschaftswittern hatte einen gewissen kleinen verkehrswert doch stand das patriotische eigenlob immer noch höher alles zusammen war ein schädlicher schimmel der ein gemeinwesen zerstören kann wenn er zu dicht wuchert doch befand sich die hauptschar in gutem zustande und sobald sie sich ernstlich rührte steubte der schimmel von selbst hinweg ich dagegen sah in meiner kranken stimmung den schaden des unechten zehnmal größer als er war und schwieg dennoch anstatt den falschen schwätzern auf die füße zu treten damit verschwieg ich auch manches was ich mit wirklichen nutzen hätte sagen können ich fühlte dass das kein leben hieß und so nicht fortgehen könne und begann darüber zu brüten wie aus dieser neuen gefangenschaft des geistes herauszukommen sei zuweilen regte sich und immer vernehmlicher der wunsch gar nicht mehr da zu sein eines tages hatte ich mehrere stunden auf den straßen meines verwaltungsbezirks zugebracht um in begleitung des baumeisters den zustand derselben zu untersuchen nach verrichtetem geschäfte trennte ich mich von dem manne da ich das verlangen spürte noch einen gang in die einsamkeit zu machen so gelangte ich in ein enges abgeschiedenes tal zwischen zwei grünen berglehnen wo es so still war daß man die luft in entfernten baumwipfeln konnte säuseln hören auf einmal erkannte ich das tal als zu der heimatgegend gehörig obgleich es so schlicht von gestaltung war daß es nirgends eine eigentümliche form darbot und kein menschliches gebäude zeigte sich dem auge ungefähr in der mitte des weges der das tellchen durchschnitt warf ich mich an eine kleine begrünte erdwelle und überließ mich der schmerzlichen erinnerung an alles was ich schon gehofft und verloren geirrt und verfehlt hatte auch zog ich dorotheens grünen zettel wieder einmal hervor der immer noch zwischen einer falte meiner schreibtafel steckte hoffnung zeigt sich immerdar treu gesinnten herzen gütig las ich und wunderte mich daß ich das falsche wechselchen noch bei mir trug da eben ein schwacher luftzug dicht über der sonnenwarmen erde hinwallte ließ ich es fahren und es flatterte gemächlich über gras und heide blumen weg ohne dass ich ihm weiter nach blickte am besten wäre es dachte ich du lägest unter dieser sanften erdbrust und wüsst es von nichts still und lieblich wäre es hier zu ruhen nach diesem mir nicht mehr neuen seufzer ließ ich die augen von ungefähr an der gegenüberliegenden berghalde schweifen an deren halber höhe ein felsband von grauer nagelfluhe zutage trat ebenso von ungefähr sah ich eine leichte gestalt von der gleichen grauen farbe längs dem felsbande hingleiten oder schweben und da die halde von der abendsonne beleuchtet war so sah man gleichzeitig auch den schatten der gestalt an der wand mit gleiten ich wusste daß ein schmaler pfad dort das felsgesimse entlang lief und verfolgte mit den augen die erscheinung die sich mit einem sichtlichen rhythmus bewegte der mich an ein irgendwo schon gesehenes erinnerte als die gestalt die unverkennbar eine weibliche war das ende der felswand erreicht hatte wandte sie sich und kehrte den selben weg wieder zurück es sah aus als ob der geist des berges aus dem gestein herausgetreten wäre um im abendscheine auf und ab zu wandeln froh meine schweren gedanken ein wenig zu verscheuchen erhob ich mich ging über den weg und rang durch das gehölz empor das den fuß der jenseitigen berglehne bekleidete bis unterhalb der nagelfluhe an welcher der pfad hinführte in wenigen minuten hatte ich diesen erreicht man blickte dort aus dem tale hinaus und sah in der ferne einerseits die ortschaft im abendlichte schimmern wo mein ansitz lag dieser aus sich zugewendet sah ich die gestalt an jenem ende des felsbandes stehen und hinüberschauen da kehrte sie sich abermals und kam den weg zurück gerade mir entgegen kaum war sie mir etwas näher so erkannte ich die judith von der ich seit zehn jahren nicht ein wort vernommen trotz der fremdartigen tracht in diese gekleidet war statt der halbländlichen tracht in der ich sie zuletzt gesehen trug sie jetzt ein damenkleid von leichtem grauem stoffe und einen grauen schleier um hut und hals gewickelt alles aber so ungezwungen ja bequem daß man sah ihre ungebrochenen bewegungen hatten sich in einem reichlicheren und breiteren faltenwurfe von selbst raum verschafft ohne daß sie mindestens schlotterig oder auch eckig ausgesehen hätte in jenem augenblicke stellte ich natürlich derartige beobachtungen nicht an sie erklären nur den eindruck welchen die unverhoffte erscheinung auf mich hervorbrachte an dem gesichte hatten die zehn jahre keine andere veränderung bewirkt als daß es selbstbewusster geworden und durch einen sebüllenhaften anhauch eher veredelt als entstellt war erfahrung und menschenkenntnis lagerten um stirn und lippen und doch leuchtete aus den augen noch immer die treuherzigkeit eines naturkindes so sah ich sie die augen erstaunt auf sie gerichtet mir nahe kommen und die schritte verlangsamen als sie meiner ansichtig wurde mein anblick mußte sich mehr verändert haben als der ihre denn sie schien unschlüssig ging jetzt etwas rascher und hielt doch wieder an sich im begriffe an mir vorüber zu gehen dadurch wäre ich beinah auch unsicher geworden und erst als ich ganz dicht vor ihr stand auf dem schmalen pfade konnte ich nicht mehr irren und rief judith aber gleichzeitig überflog eine unvorstellte und doch unbeschreiblich milde freude ihr schönes gesicht meine hand lag in ihrer warmen festen hand und nach alter volksweise öffnete sie dieselbe nicht so bald sind sie es sagte sie ohne meinen namen zu nennen und ich wagte auch nicht den ihrigen zu wiederholen da ich noch weniger wußte wie sie eigentlich nennen sollte denn es war durchaus nicht wahrscheinlich daß eine solche person allein geblieben sei ich fragte daher unbeholfen nur wo sie herkomme aus amerika erwiderte sie seit vierzehn tagen bin ich hier wo hier in unserem dorf wo anders denn ich wohne im wirtshaus da ich sonst niemanden mehr habe sind sie allein da gewiss wer soll bei mir sein ohne dass ich irgendwie weiter dachte machte mich diese antwort glücklich jugendglück heimat zufriedenheit alles schien mir seltsamerweise mit judy zurückgekehrt oder vielmehr wie aus dem berge herausgewachsen zu sein indessen waren wir ohne plan auf dem pfade weitergegangen bald dicht aneinander gedrängt bald eins hinter dem andern wie es der raum erlaubte wissen sie wo ich sie das letzte mal gesehen habe sagte sie jetzt indem sie sich nach mir zurückwandte als ich auf einem wagen aus dem lande fuhr und sie als soldat auf dem felde standen in einer kleinen reihe von leuten da dreht ihr euch alle wie an einer schnur gezogen plötzlich um und ich dachte den bekommst du auch nie mehr zu sehen ein weilchen gingen wir schweigend dann fragte ich wo sie denn hingehen wolle und ob ich sie eine strecke begleiten dürfe ich habe nur einen spaziergang gemacht sagte sie und denke ich muss jetzt wieder nach haus würde es ihnen zu weit sein mit mir bis ins dorf zu gehen ich komme gern mit ihnen und will in ihrem wirtshause zu nacht essen antwortete ich nachher lasse ich mich in des wirts kleinem fuhrwerk heim führen denn von dort sind es gute drei wegstunden oh das ist schön von ihnen ich hatte doch heute früh schon eine ahnung daß mir etwas gutes geschehen würde und nun ist der heinrich lee bei mir der herr vetter und oberamtmann wir fanden bald einen breiteren weg und wanderten in traulichem geplauder nach dem dorfe aber noch ehe wir dasselbe erreichten hatten wir uns unbewusst zu duzen angefangen was wir als blutsverwandte auch füglich tun durften das erste haus an dem wir vorübergingen war das meines verstorbenen oheims aber es waren fremde leute darin seine kinder waren zerstoben kleine fremde kinder liefen uns nach und riefen die amerikanerin einige boten ihr ehrfürchtig die hand und sie schenkte ihnen kleine münzen als wir bei ihrem hause vorbeikamen standen wir einen augenblick still der jetzige besitzer hatte es umgebaut aber der schöne baumgarten wo sie einst äpfel pflückte stand unverändert sie warf nur einen halben blick auf mich schlug ihn dann nieder und errötete sanft indem sie eilig weiterschritt da sah ich dass dieses weib das die meere durchschifft sich in einer neuen werdenden welt herumgetrieben und zehn jahre älter geworden zarter und besser war als in der jugend und in der stillen heimat das nennt man rasse würden rohe sportsleute sagen dachte ich bei dem lieblichen anblick im wirtshause angekommen wunderte ich mich mit welcher umsicht und geräuschlosen sorgfalt mit wenig worten sie eine gute bewirtung anzuordnen wusste und so aufmerksam für mich sorgte wie ein hausmütterchen das ließ mich vermuten daß sie in amerika ihre zeit in städten und guten häusern zugebracht habe allein die erzählungen und schilderungen ihres schicksals die sie während des nachtessens mit anmutiger laune mir sowohl als den mithorchenden wirtsleuten zum besten gab deuteten im gegenteil darauf hin daß sie im kampfe mit der not der menschen und indem sie ihre auswanderungsgenossen geradezu erziehen und zusammenhalten mußte sich selbst notgedrungen veredelt und höher gehoben hatte als sie nämlich mit ihren landsleuten an ortenstelle der ansiedlung gelangt und andere dazugestoßen waren zeigte sich fast die ganze gesellschaft als nicht ausdauernd und ungeschickt bei widerwärtigkeiten so wie sich auch die übrigen eigenschaften welche die auswanderung veranlasst nicht sogleich verloren judith als die meisten mittel besitzend hatte den größten teil des bodens angekauft sie ließ jedoch ihr land von den andern benutzen und begnügte sich eine art handelskontor für die verschiedenen bedürfnisse der kleinen kolonie zu führen wie sie aber sah dass die genossen sie am schaden ließen und sie verarmen würde änderte sie das verfahren sie zog ihr land wieder an sich ließ es um den taglohn von denen bearbeiten die für eigene rechnung zu träg dazu gewesen und so brachte sie alle miteinander dazu sich zu rühren sie setzte den weibern die köpfe zurück pflegte die kranken kinder und erzog die gesunden kurz der selbsterhaltungstrieb war mit einer großen opferfähigkeit so glücklich in ihr gemischt dass sie die leute und mit ihnen sich selbst so lange über wasser hielt bis ein bedeutender verbindungsweg in die nähe der ansiedlung kam und mit demselben eine wachsende zahl von kräftigeren elementen die schon geschult waren so daß zusehend die wende zum besseren für alle eintrat während der ganzen zeit aber hatte sie die bewerbungen um ihre person abzuwehren was sie mehr im scherze andeutete als ernsthaft erwähnte zeitweise wenn gefährliche abenteurer sich herbeimachten und die sicherheit bedrohten hielt sie sich sogar waffen und verließ sich nur auf sich selber als aber das kalb durch den bach gezogen das gedeihen begründet und die ansiedlung mit dem namen irgendeiner berühmten stadt der alten welt vor christi geburt versehen war zog sie sich zurück und überließ sich einer ruhigeren lebensart denn sie war weder eine gewohnheitsmäßige pädagogin noch eine vorsätzliche tatverrichterin dagegen vervielfachte sie durch den verkauf ihres landes ihr ursprüngliches vermögen und beschaute sich zuweilen während einiger wochen das leben in der hauptstadt des staates oder anderen größeren städten oder sie fuhr auf den breiten flüssen wenn sich gesellschaft fand landeinwärts bis sie die wilden indianer zu sehen bekam all das erzählte sie bruchstückweise und ungezwungen mit solcher kurzweiligkeit dass wir nicht müde wurden zuzuhören zumal jedes wort den stempel der wahrheit an sich trug inzwischen war die zeit wie ein augenblick für mich verstrichen da ich seit jahren nicht so sorglos und glücklich an einem tische gesessen und der einspanner des wirtes der mich nach hause bringen sollte stand bereit weil ich für die morgenfrühe mehrere amtsgeschäfte anberaumt hatte ich dankte der judith beim abschiede für die gastfreundschaft und lud sie ein sich bald bei mir schadlos zu halten wo wir zwar auch im wirtshaus essen müssten weil ich keine haushaltung führe ich werde schon in den nächsten tagen angefahren kommen sagte sie in diesem gleichen triumph wagen und mich bezahlt machen als ich schon im gefährte saß drückte sie mir in der dunkelheit schweigend die hand und blieb lautlos stehen bis ich weggefahren war das neue glück das mich erfüllte trübte sich jedoch schon am andern morgen als ich bedachte daß ich hier nun das geheimnis meines gewissens und das schicksal der mutter enthüllen müsse denn wenn es jetzt ein urteil gab das ich fürchtete so war es dasjenige dieser einfachen und wundersamen frauen erscheinung doch war mir weder freundschaft noch liebe zwischen ihr und mir denkbar wenn sie nicht alles wusste ich erwartete sie deshalb mit ebenso viel furcht als ungeduld bis sie am zweiten vormittag kam eine gewisse liedergeschlagenheit war in die freude des wiedersehens gemischt und zwar bei ihr wie bei mir nachdem sie sich in meiner wohnung ein wenig umgeschaut sagte seehut und überwurf weglegend es ist doch recht hübsch in diesem großen amtsdorf fast wie in einer stadt ich hätte lust hierher zu ziehen und mir in deiner nähe zu sein wenn nur sie hielt verschüchtert inne gleich einem jungen mädchen fuhr dann aber fort sieh Heinrich schon mehrmals bin ich seit meiner ankunft auf dem bergpfade gewesen wo du mich getroffen hast um hier herüber zu schauen da ich mir nicht zu kommen getraute nicht getraut eine so tapfere person siehst du das ging so zu du liegst mir einmal im blut und ich habe dich nie vergessen da jeder mensch etwas haben muss woran er ernstlich hängt nun erschien vor einiger zeit in unserer kolonie ein neuer landsmann aus dem dorfe der sich jedoch auch schon einige jahre drüben herumgetrieben hat da von den heimatlichen dingen gesprochen wurde frug ich beiläufig nach dir und ob man im dorfe nichts von dir wisse hoffte aber nicht etwas zu erfahren woran ich längst gewöhnt war der mann besann sich ein weilchen und sagte ja wartet wie ist denn das ich habe davon gehört und nun erzählte er was erzählte er fragte ich traurig er habe gehört daß du verarmt in der fremde herumgezogen seist die mutter in schulden gebracht und darüber habest sterben lassen und daß du dann in elendem zustande heimgekehrst seiest und als ein schreiberlein irgendwo dein leben fristest als ich so dein unglück vernahm packte ich unverzüglich auf um zu dir zu kommen und bei dir zu sein judith das hast du getan rief ich was meinst du denn sollte ich die dich als grünen knaben einst so herzlich geliebt und gekost hat dich nun in not und kummer wissen ohne zu dir zu kommen aber da ich nun kam da war alles nicht wahr zwar die mutter ist gestorben du aber bist in guten zuständen aus der fremde gekehrt und stehst jetzt beim regierungswesen in ehr und ansehen wie ich wohl merke obgleich man sagt du seiest etwas stolz und unfreundlich das letztere ist nun freilich auch nicht wahr und du bist also meinetwegen aus amerika aufgebrochen obgleich du mich für schlecht gehalten hast wer sagt das ich habe dich trotzdem nicht für schlecht nur für unglücklich gehalten das schlimmste an dem unglück ist aber dennoch wahr meine verschuldung ich habe wirklich meine mutter in kummer und sorgen gebracht und bin eben zurechtgekommen der daran sterbenden die augen zuzudrücken wie ist denn das zugegangen erzähle mir alles denke aber nicht daß ich mich von dir werde abwendig machen lassen dann hat dein urteil keinen wert wenn es nur durch deine gütige zuneigung bedingt wird eben diese neigung ist urteils genug und du musst es anerkennen doch erzähle nur ich tat es in ausführlicher weise so ausführlich daß ich gegen das ende hin die aufmerksamkeit auf meine rede verlor und zerstreut wurde denn ich spürte inzwischen den alten druck von der seele weichen und wusste daß ich frei und gesund war plötzlich unterbrach ich mich und sagte es nützt nichts länger zu schwatzen du hast mich erlöst judith und ich danke dir's wenn ich wieder munter bin dafür bin ich dein solange ich lebe das lässt sich hören erwiderte sie mit glänzenden augen und mit einem ausdruck von zufriedenheit in ihren schönen gesichtszügen dass der anblick mich in der erinnerung immer wieder irre machte wenn ich im laufe der jahre zu erwägen hatte wie mit der schönheit der dinge doch nicht alles getan und der einseitige dienst derselben eine heuchelei sei wie jede andere ja neben der erinnerung an dortchens angesicht am tische des kaplans leuchtet mir judiths anblick fort wie ein doppelstern beide sterne sind gleich schön und doch nicht beide gleich in ihrem wahren wesen nun habe ich hunger und möchte essen wenn du was hast sagte judith aber richte dich ein den übrigen tag mit mir im freien zuzubringen unter gottes freiem himmel wollen wir unsere sache zu ende führen wir stellten fest daß ich nach tisch mit dir heimwärts fahre daß wir aber am eingange des tales wo wir uns zuerst getroffen den wagen weiterschicken und den berg mit der nagelflube steigen wollten fröhlich und zufrieden aßen wir zusammen im herrenstübchen des gasthauses zum goldenen stern in einem der fenster leuchtete eine zweihundertjährige gemalte scheibe mit dem wappen eines ehepaars das schon so lange zu staub geworden über den beiden wappen stand die inschrift andreas meyer vogt und wirt zum güldenen stern und emerentia judith hollenbergerin sind ehelich verbunden am mai der hintergrund auf welchem die zwei wappen standen zeigte ein gartenland mit einer gesellschaft zechen der engelsfigürchen zwischen rosenbüschen ein geschmücktes paar die handschuhe in den händen sah den kleinen trinkgesellen wohlgefällig zu zuunterst aber quer über die scheibe stand auf einem breiten bande der spruch hoffnung hintergeht zwar aber nur was wankelmütig hoffnung zeigt sich immerdar treu gesinnten herzen gütig hoffnung senket ihren grund in das herz nicht in den mund die gemeinsame quelle aus welcher beide schreiber die so weit auseinander lebten der alte glasmaler und das fräulein im grafenschloss geschöpft hatten musste somit ein sehr altes buch sein mich aber berührte diese aufdringlichkeit des zufalls die aus der ganzen schilderei leuchtete eher ängstlich und beklemmend als freudig denn dieser machthaber schien sich förmlich zu meinem führer aufwerfen zu wollen und der spruch konnte eine neue täuschung verkünden judith laß denselben ohne auf das bildwerk zu achten und sagte lächelnd welch ein schöner vers und gewißlich wahr man muß ihn nur richtig verstehen wir begaben uns also auf den weg schickten dem wagen am fuße jenes mäßigen berges weg und wanderten gemächlich hinauf und zwar auf die scheitelhöhe dort standen weit in das land ragend zwei mächtige uralte eichbäume unter welchen eine bank und ein steinerner ganz bemoster tisch sich befanden vor der christlichen zeit sollte hier eine kultusstätte später eine dingstätte gewesen sein und von letzterer bestimmung der tisch herrühren auf der bank im schatten der mächtig ausgreifenden äste sitzend schauten wir hand in hand in die bläuliche ferne der rundsicht judith hatte ihren hut und sonnenschirm auf den tisch gelegt nach einer weile als sie auch den tisch betrachtet und sich die bedeutung desselben hatte erklären lassen sagte sie mit bedächtlichen und bewegten worten wie nennt man's denn in den ländern wo es könige gibt wenn diese gekrönt werden und an den altären stehen ich wußte nicht gleich was sie meinte und sah nach da ich sie aber unverwandt auf den alten steintisch schauen sah und sie sogar hut und schirm wegnahmen wie um die sache deutlicher zu machen fiel es mir ein und ich sagte es heißt sie nehmen die krone von gottes tisch da sah sie mich zärtlich an und flüsterte ja so heißt es sie und nun könnten wir hier auch das glück von gottes tisch nehmen was die welt das glück nennt und uns zu mann und frau machen aber wir wollen uns nicht krönen wir wollen jener krone entsagen und dafür des glückes umso sicherer bleiben dass uns jetzt in diesem augenblick beseligt denn ich fühle dass du jetzt auch glücklich und zufrieden bist ich schwieg erschüttert still doch sie fuhr fort schau ich habe es mir schon auf dem meere und während eines sturmes überlegt als die blitze um die masten zuckten die wellen überdeck schlugen und ich in der todesangst deinen namen rief und die letzten nächte wieder habe ich es hin und her gewendet und mir gelobt nein du willst sein leben nicht zu deinem glücke missbrauchen er soll frei sein und sich durch die lebenstrübheit nicht noch mehr abziehen lassen als es schon geschehen ist ich schüttelte aber den kopf und sagte betroffen ich will nicht unbescheiden sein judith allein ich habe es mir doch anders gedacht wenn du mir in der tat gut bist willst du nicht lieber bei mir leben als immer so einsam sein so allein stehen in der welt wo du bist da werde ich auch sein solang du allein bist du bist noch jung heinrich und kennst dich selber nicht aber abgesehen hiervon glaube mir solange wir so sind wie jetzt in dieser stunde wissen wir was wir haben und sind glücklich was wollen wir denn mehr ich begann zu fühlen und zu verstehen was sie bewegte sie mochte zu viel von der welt gesehen und gespeckt haben um einem vollen und ganzen glücke zu vertrauen ich sah ihr ins gesicht und strich ihr weiches braunes haar zurück indem ich rief ich habe ja gesagt ich sei dein und will es auf jede art sein wie du es willst sie schloß mich heftig in die arme und an ihre gute brust auch küßte sie mich zärtlich auf den mund und sagte leis nun ist der bund besiegelt aber für dich nur auf zusehen hin du bist und sollst ein freier mann sein in jedem sinne und so ist es auch zwischen uns geblieben noch zwanzig jahre hat sie gelebt ich habe mich gerührt und nicht mehr geschwiegen auch nach kräften dies oder jenes verrichtet und bei allem ist sie mir nahe gewesen wenn ich den wohnort verändern musste so ist sie mir das eine mal gefolgt das andere nicht aber so oft wir wollten haben wir uns gesehen wir sahen uns zuweilen täglich zuweilen wöchentlich zuweilen des jahres nur einmal wie es der lauf der welt mit sich brachte aber jedes mal wo wir uns sahen ob täglich oder nur jährlich war es uns ein fest und wenn ich in zweifel und zwiespalt geriet brauchte ich nur ihre stimme zu hören um die stimme der natur selbst zu vernehmen sie starb als eine verderbliche kinderkrankheit herrschte und sie sich mit ihren hilfsbereiten händen in eine ratlose behausung armer leute stürzte die mit kranken kindern angefüllt und von den ärzten abgesperrt war sonst hätte sie leicht noch zwanzig jahre leben können und wäre ebenso lang mein trost und meine freude gewesen ich hatte ihr einst zu ihrem vergnügen das geschriebene buch meiner jugend geschenkt ihrem willen gemäß habe ich es aus dem nachlass wieder erhalten und den andern teil dazugefügt um noch einmal die alten grünen pfade der erinnerung zu wandeln ende des fünfzehnten kapitels im vierten bande und ende des romans